Wellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Wellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Wellner live. So, das Fußballmatch ist geschlagen. Wir haben in der Türkei gespielt, richtig? Ja, zumindest ist es uns zuvor gekommen. Ein Auswärtsspiel, könnte man sagen. Jetzt allerdings ein Heimspiel, nämlich bei Ö24 TV. Nachdem der Herr Hafenegger den ORF gerade zerlegt hat, begrüße ich Sie bei Ihrem Lieblingssender bei Ö24 TV. Mit Ihren zwei Lieblingsduellanten, Gerald Gross. Servus Wolfgang. Feschheit, Steiranzug, wow. Und Sebastian Bormena, noch feschheit. Dunkelblaues Sakro, Kinder, was ist los? Dem Anlass entsprechend. Ja, was ist da anders? Haben wir was zu feiern? Die DDR hoffen. Irgendjemand geheiratet? Welche Geburtstagsanzug? Die DDR-Häfenwächter haben ähnliche Anzüge. Der Honecker hat auch schon gestanden. Das ist mein Geburtstagsanzug. Ja, genau so schaut er aus. Aber vom ersten Geburtstag, oder? Also wollen wir jetzt nicht sagen, wer alle diese Steirer Anzüge trägt. Ich bin seither im Fasson geblieben. Wollen wir nicht sagen, wer alle diese Steirer Anzüge trägt. Also willkommen zurück zu Hause. Könnte man sagen, willkommen zurück bei Ö24 TV. Alle, die mit dem Fußball einen Seitensprung gewagt haben zu anderen Sendern, sind jetzt wieder da bei Groß gegen Bormena. Und wir fangen gleich an mit dem Thema, das uns das ganze Wochenende beschäftigt hat. Übrigens eine Rekordquote beschert hat. Danke vielmals, muss ich sagen. 300.000 Zuschauer für eine Wahl, die eigentlich keinen Menschen interessiert hat. Verstehe gar nicht, wie ich zu dieser Ehre komme. Aber jedenfalls Rekordquote für Ö24 TV. Wieder einmal, zumindest für das heurige Jahr. In diesem Sinne, danke an alle, die Sonntag zugeschaut haben. Und dann fangen wir gleich mit dem Thema an, das 300.000 offenbar sehr interessiert hat. Nämlich mit der Salzburg-Wahl. Lieber Sebastian, du bist ja der große Verlierer, du hast uns ja groß angekündigt, der Herr Dankl wird das gewinnen und das Salzburger Wesen wird an ihm genesen. Jetzt hat er ein Fürchterlicher auf den Deckel gekriegt, nicht einmal 40 Prozent. Seine eigenen Wähler sind ihm davongelaufen, muss man sagen. Wohin auch immer. Angst vor der Courage. Das heißt, die Bormena-Werbung hat nicht wirklich funktioniert. Ich glaube, du hast ein bisschen was falsch verstanden das letzte Mal. Was ich wirklich gesagt habe, ist, ich hoffe und wünsche, aber nicht, er wird. Und was ich auch gesagt habe, ist, es ist mir eigentlich wurscht, ob Kai Michael Dankl oder Bernhard Auinger Bürgermeister wird, weil jedenfalls Kai Michael Dankl Vizebürgermeister ist und jetzt von jemandem, der bei der letzten Bürgermeisterwahl, glaube ich, 1,5 Prozent hatte und sein Ergebnis versibzehnfacht hat, zu sagen, dass er verloren hat, von einer KPÖ, die von einem Mandat auf zehn Mandate gegangen ist, zu sagen, dass ich... Nein, aber deswegen, mir geht das ein bisschen auf die Nerven. Dieses Regenbein, ich kenne mir jetzt schon von Danken selber. Nein, schau, aber geht es mir nicht auf die Nerven, ja. Salzburg ist links geworden. Wir haben einen massiven Linksruck in Salzburg gerade erlebt. Wir haben eine Zweidrittelmehrheit mit Rot-Rot-Grün. Wir haben die FPÖ, die nicht in der Stadtregierung ist, wir haben die Neos, die ausgeflogen sind und ihr erzählt mir irgendwas davon, dass es einen Verlierer gibt. Der Herr Auinger hat uns gerade gestern erklärt, dass Salzburg nicht links geworden ist sondern dass Salzburg die Mitte gewählt hat und dass er die Mitte vertritt. Wenn er Mitte ist, dann bin ich mit der Mitte einverstanden. Wenn Karl Nehammer die Mitte ist, die für mich schon der rechte Abgrund ist, dann bin ich nicht einverstanden. Aber wenn eine Mitte so ausschaut wie der Bernhard Auinger, dann bin ich zufrieden. Hätte ich mir gewünschen, dass Kai-Michael Dankl Bürgermeister wird, ja klar, aber er hat Zeit. Die LG Karte ist am Sonntag auf den Punkt gebracht. Auch sie musste zweimal antreten, bis sie Bürgermeisterin geworden ist. Und ich zweifle nicht daran, dass Kai-Michael Dankl, der in seinen 30ern ist, noch viel, viel Zeit verarbeitet, um den Salzburgern zu zeigen, warum es wert ist, ihn zu bürgen. Trotzdem hast du auf diesem Sender, unentgeltlich muss man sagen, wir haben dir die Zeit kostenlos zur Verfügung gesucht, extreme Werbung gemacht für den Herrn Dankl, das waren ja zigtausende Euro, die du da an Dankl-Millionen-Werbung verblasen hast, zeitmäßig zumindest gerechnet. Und das Ergebnis auch war 17-fach. Es war für den Hugo. Nein, was heißt denn, für den Hugo? Entschuldigung, da haben Leute, die beim ersten Mal gewählt haben, sind abgehaut. Haben kalte Füße bekommen. Nein, ich glaube, da haben gesagt, wir wollen keine KPÖ. Ich glaube, die Leute haben gesagt, wir wollen die KPÖ, aber halt nicht als Bürgermeister. Ja, ich? Ja, aber das ist doch ein starkes Zeichen. In Salzburg, bitte. Tut es jetzt so, als wäre der, weißt du, wenn der Kai-Michael Dankl 60 Prozent bekommen hätte, dann hätte er wahrscheinlich gesagt, warum nur 60? Ja, er kann es eh nicht richtig sagen. Ich denke mir, wir haben jetzt Rot-Rot-Grün, zwei Drittel mehr in Salzburg. Vorher hatten wir ein ganz anderes Ergebnis. Ich bin zufrieden. Echt, ich bin total zufrieden. Ich habe auch den Bernhard Aueger gratuliert. Die Wahlresultat-Interpretationen von Borg-Männer sind immer spannend. Bitte sehr, bitte, bitte, bitte. Es hat sich abgedankt und es hat sich abgezeichnet, dass es sich abdanken wird, weil wie Sie vorige Woche am Dienstag hier eine halbe Stunde eine Lobrede auf Herrn Genossen Dankl gehalten haben, habe ich hier gesagt, bis zu dem Zeitpunkt bin ich davon ausgegangen, dass Danke möglicherweise Bürgermeister wird. Nach Ihrer Wohlempfällung wird er gar nichts mehr. Und genauso war es überall, wo Borg-Männer Werbung macht, ist das ein profundes Zeichen dafür, dass der jeweilige Kandidat durchfährt. Sie sind wieder jedermann. Sie sind wieder Sensenmann. In Wahrheit, Sie gehen durch das Land und überall, wo Sie sich zu sehr annähern. Versuchen Sie nicht persönlich zu werden. Das ist in Wahrheit politische Leberer, der greift die an und die Finger fallen ab. Aber ist ja wurscht. Wie viele Prozent haben Sie mit dem BZÖ gehabt, wie Sie es in den BZÖ haben? Trend gegeben, ist falsch. Weil der Herr Auhinger am Montag, also gestern, in mehreren Zeitungen, unter anderem auch im Interview gesagt hat, er richtet im Übrigen Ihrem Freund Babler aus, dass der Linkskurs zum Einmargerieren ist. Er erinnert den Herrn Babler noch einmal, dass der Herr Babler seit jener Auftrittsverbot in Salzburg hat. Das hat er nicht gesagt. Er hat es gemeint. Gemeinsame Fotos. Und er meint, und er meint, und er meint, und er meint, wir sind eine Partei der Mitte und der Linkskurs des Herrn Babler schadet nur. Das hat er auch nicht gesagt. Das hat er als Partei der Mitte. Das ist ja unglaublich. Er ist eigentlich nur ein Kurs der Mitte. Er ist doch endlich auf zum Singen. Vorgestern ist der Kandidat des Herrn Bornmähner abgewählt worden. Abgewählt? Ist er abgewählt? Der hat sich versiebten facht. Der Kandidat des Herrn Toskotzil ist gewählt worden. Und der Kandidat des Herrn Toskotzil, Auhenger, hat dem Herrn Babler noch eine Mitte auf die Pfeife gegeben, das nur so raschelt. Und am Ende sagt der Auhenger Folgendes, und das habe ich mir herausgeschrieben, auch bei den Freiheitlichen gibt es immer wieder gute Ideen. Er begrüßt die Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen in Salzburg. Wir brauchen eine breite Mehrheit damit. Das hat er gestern hier gesagt. Und wenn Sie da jetzt dann daherkommen und glauben, die Sonne, des Ostens wäre in Salzburg aufgegangen, nur weil ihre drei verwackelten Hammer- und Sichelgestalten dort eh durchgefallen sind, glaube ich nicht. Und zur Anmerkung, die Frau K. hätte drei oder zwei Anläufe gebraucht, damit sie in Graz Bürgermeisterin wird, das hat mich zu einer Erkenntnis gebracht, tatsächlich. Die KPÖ verspricht seit exakt 30 Jahren, wo sie in der Grazer Stadtregierung sitzt und für den Wohnbau zuständig ist, ressortzuständig, dass die Mieten in Graz sinken und dass der Wohnbau in Graz leistet wird. Die wurden auch gedeckelt. Und seit 30 Jahren, seit 30 Jahren, trotz Ressortzuständigkeit KPÖ, Wohnbaustadträte, hat sich in Graz für den sozialen Wohnbau nichts gebessert, sondern mittlerweile können wir uns aussuchen, ob wir nicht mehr im Viktor-Adler-Heim wohnen, sondern im Kabuler Stadtplatz heim oder im Islamabatter Bombenzelt wohnen. Das ist mittlerweile der soziale Wohnbau der Frau K. Wunderbar, dass die Frau K. so veränderisch war, dass diese Dame mittlerweile seit 30 Jahren in der Politik jedes Jahr, wie die KPÖ je verspricht, dass es besser wird und nichts ist passiert. 30 Jahre Regierungsverantwortung KPÖ, 30 Jahre hat sich für die Lebensumstände der Menschen nichts verbessert. Lieber Steirer im Steirer-Anzug, du bist der Meinung, die KPÖ ist in Salzburg abgewählt worden. Die KPÖ ist in Salzburg, da gebe ich recht, nicht 17 Mal verbessert, sondern 10 Mal, aber das dürfte bei der Bürgermeisterwahl versuchen Sie, Herr Gross, können Sie nicht rechnen, es gibt nur die Bürgermeisterwahl. Der Kai-Michael Dankler hat sein persönliches Wahlergebnis, das habe ich gesagt, das war die Frage versiebzehnfach. Und was macht er jetzt mit der Versiebzehnfachung des persönlichen Wahlergebnisses? Das ist eine Versiebzehnfachung, ist mir nicht. Und was macht er jetzt damit? Also dann bleiben wir beim Gemeinderatswahlergebnis. Beim Gemeinderatswahlergebnis hat er sich verzehnfacht. Ja, 1000% mehr. Das ist auch noch immer toll. Sie, Ökonom. Gingst du zur FPÖ? Wo ist die gelandet? Herr Dr. Bornmänner. Wo ist die FPÖ gelandet? Herr Dr. Bornmänner. Na sagen Sie es. Herr Dr. Bornmänner. Kennen Sie, ob der Spitzenkandidat von der FPÖ dort? Herr Dr. Bornmänner. Ich weiß, dass Sozialdemokraten oder Linke nicht über zehn hinaus und wenn, dann Ex-Dateien brauchen. Herr Gross, wissen Sie, was Ihre Freunde in der FPÖ Graz gemacht haben? Aber nur noch einmal. Kennen Sie die eigentlich? Wir haben jetzt voll involviert in den Finanzkandal. Die KPÖ hat sich verbessert. Das stimmt. Vollkommen. Also 1000% mehr. Sie hat sich verbessert. Sie hat gewonnen. Im Übrigen wie die Freiheitliche Partei 3%. Ist in der Stichwahl abgewählt worden oder nicht? Ist in der Stichwahl abgewählt worden die KPÖ? Ja, natürlich. Sie ist abgewählt worden? Natürlich. Warum? Warum? Weil in Wahrheit der Abstand zwischen dem Herrn Auenger und dem Herrn Tankl 2% waren und sich der Abstand nun auf, was waren wir, 36 zu 60, also vervielfacht hat in Wahrheit dieser Abstand und all jene, die zur Protest gewählt haben, Tankl, Tankl, gesagt haben um Gottes Willen, aber in einer Regierungsverantwortung wollte ich den Vogel auch nicht. Den Vogel? Na ja, logisch. Wieso ist das ein Vogel? Was auch immer. Ich will jetzt erklären, warum du dem als Vogel bezeichnest. Na, weil er ein Vogel ist. Ach so? Wenn einer, wenn einer, wenn einer, keine Argumente, keine Substanz. Nein, doch, ich kenne ja das. Nur Hass. Nein. Warum ist das ein Vogel? Nein, es gibt ja die Solidarität der Opportunismus. Nur Hass. Der war zuerst bei den Grünen, dann ist er da rausgeschmissen worden, dann hat er jetzt bei der KPÖ angedacht. Aber warum ist er ein Vogel? Jetzt ist er bei der KPÖ. Ein bunter Vogel ist ein grün, rot, dunkel, rot, älter. Sie waren eh böse. Bunter Vogel ist ja ein Kompliment. Sie waren zu BZÖ, dann haben sie Sebastian Kurz gewählt, jetzt kriechen sie vom Herbert Kürtchen her. Also seien Sie mal nicht böse. Ich war in meinem Leben nur bei zwei, ich war bei zwei Parteien Mitglied und diese Parteien zählt man dem sogenannten freiheitlichen Lager zu. Ach so, auf einmal. Im Gegensatz zu Ihnen, der nachweislich bei vier Parteien war. Ach so, welche? Österreichische Arbeiter- und Angestelltenbund. Ja, das stimmt. Liste Pilz. Ja. Mittlerweile kriegen Sie den roten und den grünern Nach. Also wo war ich nachweislich mit KPÖ nicht vergessen? KPÖ nicht vergessen. KPÖ? Ja, klar. Wie ein Analakrobat-Biss in den Rache. Herr Grossbiet, lass uns das bei sich. Das gehört nicht zu mir. Bevor das Ganze wieder... Wissen Sie, was Sie sagen? Kein Analakrobat. Sie sind einfach ein Arschkröcher. Na okay, bitte, jetzt reicht es aber. Naja, ich wollte vorne im Schein. Jetzt kriegt es gleich ein Studioverbot. Ich wollte vorne im Schein. Typisch, ich wollte vorne im Schein. Ärger als die Tür. Nein, aber typisch FPÖ. Ich sage Ihnen immer wieder, liebe Zuschauer, wollen Sie wirklich, dass solche Leute an die Macht kommen? Ich glaube nicht. Gut. So, jetzt bist du dran und erzählst uns einmal ohne diese ganzen Untergriffe, die da passieren, die ja absurd sind, gib uns deine Salzburger Wahlanalyse. Was war das Erfolgsgeheimnis des Bernhard Auinger? Was war letztendlich das Misserfolgsgeheimnis des Herrn Tankl? Warum haben denn die eigenen Leitern verlassen? Wir wissen ja, 20 Prozent haben ihn nicht mehr gewählt, die ihn im ersten Wahlgang gewählt haben. Und was wird jetzt deiner Meinung nach in Salzburg anders oder besser? Bitte, die drei Fragen. Also ich habe den Bernhard Auinger am Wahlamt gratuliert. Er hat sich am Wahlamt noch bedankt dafür. Also ich habe überhaupt keine Dissonanz mit der SPÖ Salzburg. Ich finde, und die SPÖ Salzburg wurde übrigens an diesem Sonntag nicht nur in Salzburg statt, sondern auch in vielen anderen Gemeinden zum ersten Mal den Bürgermeister geholt oder die Bürgermeisterin. Also es war ein großer Erfolg für die Sozialdemokratie. Und ich glaube, einer der Gründe dessen war, dass die Menschen gesagt haben, wir wollen auf der einen Seite zwar unseren Protest im Gemeinderat abgebildet haben mit der KPÖ, aber wenn es ums Regieren geht, wollen wir Menschen haben mit mehr Erfahrung. Der Bernhard Auinger ist jemand, der sehr viel Erfahrung mitbringt, der auch schon Teil der Stadtregierung war in den letzten Jahren und der deswegen eine Verbindlichkeit anders ausdrücken kann als der Kai Michael Dankl, der das zwar auch lebt, aber dem einfach andere Sachen zugeschrieben werden. Gut, also es wurde ja Erfahrung gewählt und Risiko ausgeschlossen. Ganz genau. Also das ist einfach eine Risikominimierung, weil Sie haben den Kai Michael Dankl mit über 20 Prozent sehr stark gemacht im Gemeinderat. Das heißt, der ist Vizebürgermeister. Als Bürgermeister braucht man den Kummerl nicht. Genau. Wir wollen ihn als Vizebürgermeister haben. Wir wollen, dass er eine Rolle spielt, aber er soll nicht der Tonangebende sein. Das ist ja legitim. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe mir die Interviews angeschaut. Du wolltest uns umgekehrt. Ich hätte es mir gewünscht, weil ich glaube, das wäre ein gutes Zeichen gewesen, genauso wie in Graz. Aber ehrlich gesagt, es stört mich ja nicht, wenn wir einen Sozialdemokraten als Bürgermeister haben, endlich wieder. Wenn wir die ÖVP und die FPÖ in ihre Schranken gewiesen haben bei diesen Wahlen und klar gemacht haben, die Österreicherinnen und Österreicher wollen Mitte links. Super. Das ist eine Testwahl gewesen und ich glaube, das war der Grund, warum 300.000 Leute eingeschaltet haben. In Salzburg wohnen 100.000. Wie viele haben bei der Wahl teilgenommen? 60.000. Das heißt, da haben fünfmal so viele Menschen an dem teilgenommen, weil es sie interessiert, weil sie ganz genau wissen, im Superwahljahr... Damit sind wir gleich beim Thema, lieber Sebastian. Was lernen wir aus dieser ganzen Geschichte für die EU-Wahl? Wir haben noch knapp zwei Monate, ja, was lernen wir? Ich glaube, wir lernen daraus, dass Sozialdemokratie totgesagte leben länger. Also ich würde, obwohl, ich habe das sehr oft in diesem Studio klargemacht, die Kandidaten auf der Liste der SPÖ mit Ausnahme von Ebelin Regner nicht unbedingt diejenigen sind, die ich wählen würde. Ich glaube, dass man die SPÖ bei dieser EU-Wahl nicht unterschätzen sollte. Ich glaube nicht, dass die einen Absturz hinlegen werden, sondern ich glaube, die werden entweder ihr Ergebnis halten oder leicht zulegen können. Und ich glaube, dass das auch darauf zurückzuführen ist, dass die Menschen den Babler-Kurs um einiges mehr schätzen, als es eine kleine Politkaste und Polit-Elite, sogar innerhalb der SPÖ übrigens, glaubt oder sich wünscht. Also du glaubst allen Ernstes, dass der Salzburger Wahlerfolg des Auringer auch auf den Babler-Kurs zurückzuführen? Also er hat auf jeden Fall keinen Gegenwind gehabt. Ich glaube, wenn er einen Gegenwind gehabt hätte, dann wäre das Ergebnis so wie von der ÖVP, von der FPÖ und so weiter ausgefallen, aber es war ja sehr, sehr deutlich, dass die Bevölkerung gesagt hat, wir unterstützen den Bernhard Auringer, der sich im Vorfeld übrigens nie von Babler distanziert hat. Ich habe viele, viele Fotos gesehen von Babler und Auringer gemeinsam. Er hat ihn nur nicht auftreten lassen. Was heißt er nicht auftreten lassen? Er hat es nicht notwendig gehabt. Also ich finde es total legitim, wenn man sagt, du, wir wollen uns hier auf die Person Auringer fokussieren und nicht auf die Person Auringer. Deshalb holen wir den Heinz Fischer. Ich habe den Herbert Kickl in Salzburg statt Auringer gesehen und wenn, dann hat es ihm offenbar nicht geholfen. Hatte auch keine Auftrittserlaubnis. So, gut, langer Rede, kurzer Sinn. Du sagst, aus der Salzburg-Wahl schließen wir, dass es auch bei der EU-Wahl einen Linksruck geben könnte und du sagst, die SPÖ soll man nicht abschreiben. Ich glaube, zwei Sachen. Die wird Zweiter, vielleicht sogar Erster. Erster, das halte ich für ein bisschen vermessen. Ich glaube, dass wir die FPÖ machen und damit ein Ventil aufmachen und damit in Wirklichkeit der NATO-Harry, Vulgo-Champagner-Harry, Vulgo-Taser-Harry wird dem Herbert Kickl ordentlich schaden, weil die Leute werden das Ventil Europawahl nutzen, werden dort zu Recht ihre Wut und Frustration und Enttäuschung entladen und dann sind sie befriedigt und wählen wahrscheinlich den Herrn Nehammer, den wir deutlich unterschätzen momentan. Aber nicht nur in Bezug auf die SPÖ, schauen wir uns auch die Grünen in den Umfragen an. Es ist extrem interessant, die Grünen hatten letztes Mal 2019 ein historisch bestes Ergebnis bei den EU-Wahlen mit 14 Prozent und sind momentan den Umfragen gleich. Nein, bei 11. Nein, also die Umfragen, die ich kenne, sind bei 13, 14. Aber ich glaube... Ich weiß nicht, was du für Hupfungen hast, aber gut passt schon. Ich glaube... Von welchem Umfang reden wir? Ich glaube, die Grünen, meine persönliche Umfragen. Ja, eben, haben Sie in Ihrer Familie eine Umfragen gemacht? Und wenn einmal 14 Prozent werden die Grünen? Nein, aber Scherz ohne, ich glaube, die Grünen werden ihr Ergebnis vom letzten Mal ansatzweise halten können und die Sozis werden es auch entweder halten oder aufmachen können. Und die KPÖ wird auch gewinnen. Ich kenne den Kandidaten für die KPÖ nicht einmal. Also deswegen kann man nicht forschen, dass die irgendwas gewinnen. Gut, also er sagt linksruck, SPÖ wird viel besser als erwartet sein. Aber vielleicht stellst du mir die gleiche Frage, die du ihm gestellt hast. Was war das Erfolgsgeheimnis von Armin? Genau. Er war gegen Babler. Er war überhaupt nicht gegen Babler. Er war gegen Babler, er hat den Spitzenkandidaten der Bundespartei, den Bundesparteivorsitzenden, den Bürgermeister von Dreiskirchen, kommunalpolitischen Kollegen von ihm, einfach nicht auftreten lassen. Er hat ihn auf kein Plakat gegeben, er war bei keiner Wahlbroschüre anwesend. Er hat den Heinz Fischer geholt. Er hat den Heinz Fischer geholt und das SPÖ-Logo war auf den Plakaten unten bei der Brunzecke. Unten rechts, dort wo die Hund hineißerlen. Nur damit wir wissen, wo das SPÖ-Logo war bei der Nummer. Das ist schön gezeigt. Das heißt, der Herr Bürgermeister Auerhänger, dem ich gratuliere, wertfrei. Der hat alles getan, damit er den Herrn Babler, wie der Sicht noch hört, hat so getan, als er mit ihm überhaupt nichts tun. Babler, wer? Kennen wir nicht. Und am Ende ist er, glaube ich, sogar mit dem Hasler lieber auftreten. Also mit jedem anderen, nur nicht mit dem Herrn Babler. Was das daher bedeutet für die EU-Wahl, das kann ich dir auch sagen. Der Herr Babler wird bei 20, 19 Prozent liegen, mit seiner handverlesenen Personalauswahl Andreas Schieder. Also wirklich einen Erfolgsgaranten für Europa. Er hätte noch, weiß ich nicht, wenn er noch alles exhumieren hätte können. Und dann wird er bei 19 Prozent liegen und am 9. Juni werden wir die EU-Wahl haben und am 10. Juni oder am 11. Juni wird der Herr Babler zurücktreten und es wird dann einen Spitzenkandidaten geben. Bitteschön, das wollen wir jetzt fest. Das halten wir jetzt fest. Das halten wir jetzt fest. Das Band bitte an dieser Stelle probieren und aufheben, bitte. Ich sage, der Herr Babler wird nach der EU-Wahl nicht mehr Spitzenkandidat zur Nationalratswahl. Worüber wetten wir? Am Tag nach der EU-Wahl wird er zurücktreten. Nach zwei Tage oder drei Tage danach. Aber er wird nicht Spitzenkandidat sein. Warum wird er zurücktreten? Er wird möglicherweise Parteivorsitzender bleiben, aber es wird einen sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten und eine Kanzlerkandidatin geben, analog zum deutschen Modell, weil der Herr Babler, jetzt war er in Berlin, ungefähr den gleichen herben Charme hat wie die Frau Saskia Esken. Also mit dem kann es nichts anfangen. Die Deutschen sind dann hergegangen und haben den Olaf Scholz aus dem Hut gezogen. War auch nicht gerade der große Erfolg. Nein, aber sie haben, nein, eh nicht. In Wahrheit haben sie sich dann nur, sie haben ja nur gewonnen, weil die anderen so schwer verloren haben und am wenigsten verloren haben. Aber das wird der SPÖ in Österreich auch blühen. Und genauso wird es ausschauen. Es glaubt doch tatsächlich kein Mensch, dass wenn am 9. Juni die Freiheitliche Partei und der von Ihnen immer besonders persönlich wäre. So persönlich? NATO-Haare, Schabanne, Harry, alles drumherum. Das hat was mit seinem politischen Wirken zu tun. Ich rede nicht über seine Frisur. Er war nicht. Was ja auch verlogen ist, er war nicht für die NATO. Er war doch. Nennen Sie mir eine Aussendung, wo Harald Wimski für die NATO war. Das klärt so. War Harald Wimski in einer führenden Funktion tätig in der SPÖ als die AfD-Partei? Nein, nein, nein. Eine Wimski-Diskussion für eine Berner-Anhalt. Okay, dann haben wir es. So, gut. Immer wieder die gleiche. Harald Wimski ist zum, sagen Sie? Nein, das ist ein dummer. Das schimpft für Sie Ihren eigenen Kandidaten auch. Das ist unglaublich. Das ist eine Premiere hier. Wenn, dann haben wir am Ende folgende Situation, dass die Freiheitliche Partei bei 27, 30 Prozent liegen wird und die anderen Parteien werden ausstinken. Und die von Ihnen so verehrten Grünen haben, glaube ich, in Salzburg... Ich dachte, die Grünen innen, oder? Genau. Die haben in Salzburg, glaube ich, 3 Prozent verloren. 3, 4 Prozent verloren. Sie sind in der Stadtregierung geblieben. Also genau so viel verloren, wie die Freiheitlichen gewonnen haben. Aber Sie sind in der Stadtregierung im Sinne von der Staatsregierung. Herr Dr. Bormäner, glauben Sie mir, ich weiß, schau... Die FPÖ ist nicht mehr in der Regierung, Herr Kroos. Nein, wir sitzen heute noch ca. 80 Minuten zusammen. Ich bitte Sie auf... Das ist aber eine gefährliche Drohung, oder? Ich bitte Sie um Folgen. Sehr gefährliche Drohung. Machen wir es so, nämlich für die Zuseherinnen und Zuseher. Keine persönlichen Untergriffe finde ich gut. Eine gewöhnt es drauf. Nein. Keine persönlichen Untergriffe. Der eine rät, dann der andere. So, jetzt rätst du, du hast das Schlusswort. So, deine Prognose für die EU-Wahl ist klarer Sieg für die FPÖ mit 30 Prozent. Ich gehe davon aus, ja. Wer wird Zweiter? Ich bin mir sogar erinnert. Wer wird Zweiter? Ich glaube, dass es am Ende ein Match geben wird und den zweiten Platz sehr knapp zwischen ÖVP und SPÖ rund um die 20 Prozent. Aber du meinst ja, die ÖVP wird dieses Duell gewinnen, weil du der Meinung bist, der Babler muss am Tag danach zurücktreten. Als Zweiter wird der nicht zurücktreten. Warum soll der Zweiter zurücktreten? Ich schaue, ohne jemanden persönlich beleidigen zu wollen. Aber wenn ich mir das Duell Lopatka und Schieder anschaue, ist es das Duell von einem Buckleton mit einem Hartschatten. In einem Weißbruch. Und was ist dann der Wilimsky in diesem Triel? Ja, in dem Fall ist er der Sieger. Ja, relativ einfach mit 30 Prozent. 30 Prozent? 27 bis 30. Und dann hast du einen Buckleton und dann hast du einen Hartschatten. Bitte. Nein, aber es ist so, in Wahrheit. Ich meine, es ist traurig. Es ist traurig. Es ist traurig. Es ist traurig. Und dann hast du von den Grünen eine Kindkandidatin, die nicht einmal weiß, wie viele Mitglieder die Europäische Union hat. Er kann nur dir sein. Warum sind sie nur dir? Es ist wirklich traurig. So. Bevor es unterirdisch wird, an diesem Nachwuchsballtag, machen wir eine kurze Werbepause, holen Luft, versuchen ihn ein bisschen Mund zu Mund zu beatmen, damit da wieder ein bisschen eine richtige Stimmung aufkommt. Und dann reden wir noch einmal über diese drei Parteien, weil das möchte ich schon jetzt ein bisschen mir auf der Zunge zergehen lassen. Babler Rücktritt steht unmittelbar bevor. Ne, haben wir Rücktritt vielleicht auch. Ich weiß nicht, wo Sie uns heute noch alle sagen können. Kickl auf Rücktritt vielleicht auch. Das erfahren Sie gleich alles nach der Werbepause von Gerald Groß persönlich. Wellner Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Wellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Wellner Live. So, wir sind zurück. Gerald Groß hat Anstand gelobt für die restliche 80 und 70 Jahre. Wir waren eben endlich. So, und weniger Unterbrechungen etc. Also es soll gesittet jetzt zugehen, meine Herren. Ich hoffe auf konstruktive Beiträge. Du hast uns jetzt gerade angesagt, der Herr Babler ist am Tag nach der EU-Wahlgeschichte. Das ist eine ziemlich einzigartige Position. Und der Österreichs Polit Insidern, wenn ich so sagen darf, woher hast du diese Insider-Informationen? Naja, die Insider-Informationen, die gibt es nicht. Sondern das ist von mir eine Annahme. Es hat kein sozialdemokratischer Funktionär zu mir gesagt, der will am 10. Juni den Babler abmontieren. Aber es gibt die sogenannte Macht des Faktischen. Wenn ein sozialdemokratischer Parteivorsitzender, der gegen Pamela Scheurer in die Wagner angetreten ist, die damals in allen Umfragen bei 26 Prozent gelegen ist und in Wahrheit beim Meuchelmord einer SPÖ-Parteivorsitzenden mitgemacht hat und den sozialdemokratischen Genossen versprochen hat, er wird mehr Gewinn machen, er wird für Erfolg der Sozialdemokratie sorgen und er liefert bei seiner ersten nationalen Wahl einen Misserfolg ab, das heißt mit seinem Andreas Schieder, nämlich genau 20 Prozent, 19 oder 18 Prozent, dann kann ich mir nicht vorstellen, bei aller Wertschätzung, dass die Wiener SPÖ eines Herrn Ludwig, wo die Frau Pures mittlerweile Kritik an den Babler leistet, dass die burgenländische SPÖ eines Herrn Toskozil, die in Dauerkritik gegenüber dem Herrn Babler verfallen ist, dass die Salzburger SPÖ, Landesparteivorsitzender und Bürgermeister, die in Dauerkritik an dem Herrn Babler verfallen ist, dass die Tiroler SPÖ, dass die oberösterreichische SPÖ, die den Herrn Babler nicht will, und die steirische SPÖ, die den Herrn Babler nicht will, also die Frage stellt sich ja mittlerweile nicht, wer den Babler will, sondern wer will nicht, da sind wir nämlich schneller fertig. Na, bei wer will ich? Ich kenne die niemanden. Bei wer will ich? So, die Gewerkschaft hat sich verabschiedet, der Herr Muchitsch ist weg, der Herr Muchitsch ist weg, die Landeshauptleute sind weg, die zweite Nationalratspräsidentin ist weg, also wer bleibt nur über, die roten Folgen, die Kinderfreunde, die Basis, Entschuldigung, ich habe vergessen, nein, ich habe wirklich vergessen, das nehme ich zurück, natürlich die Basis, also Charlie Blecher steht noch mit Krücke bei Fuß, also nicht Gewehr bei Fuß, sondern Krücke bei Fuß, steht bei Charlie Blecher, die Seniorenregimenter und die Pflegebetten stehen aufrecht, in dem Fall selbstverständlich, und jungen noch die internationalen, aber jetzt unter uns gesagt, der Herr Babler hat nicht geliefert, das muss man jetzt endlich mal sagen, der Herr Babler ist seit einem Jahr SPÖ-Vorsitzender und hat nichts geliefert, also Babler ist nach der EU-Wahl-Geschichte, was ist mit Nehammer? Also, ich kann mir nicht vorstellen, Schatz, es geht jetzt einmal um etwas Grundsätzliches, wie sieht das Wahljahr aus derzeit in Umfragen, wir wissen alle nicht, wie es dann schlussendlich ausgeht, aber derzeit sieht es so aus, dass die Freiheitliche Partei auf Platz 1 durch die Ziellinie geht, sowohl bei der EU-Wahl als auch bei der Nationalratspräsidenten. Der Tankl war auf Platz 1, sozusagen. Kein, Achtung, kein SPÖ und kein ÖVP-Funktionär wird es zulassen wollen, dass Kickl auf Platz 1 über die Ziellinie geht. Das heißt, sie werden bis dorthin alles tun, um das zu verhindern, logischerweise, es nennt sich Wahlkampf. Jetzt, wie kannst du Kickl verhindern? Du kannst Kickl nicht verhindern, indem du bereits zwei lebende Tote, auch politische Zombies genannt, wie Nehammer und Babler ins Rennen schickst, sondern du musst in Wahrheit als SPÖ oder ÖVP attraktive Kandidaten nominieren, die irgendwie nur im Ansatz die Chance hätten, an Kickl ranzukommen. Und das sehe ich weder in Babler noch in Nehammer. Das heißt, es wird nach der EU-Wahl, sowohl bei der SPÖ als auch bei der ÖVP, folgende Denkvariante kommen. Die ÖVP wird verlieren, die Hannemike Leitner wird nervös werden, der Herr Haslauer kündigt mittlerweile einen personellen Neustart für die ÖVP an. Kann sein, dass er sich selbst meint, kann sein, dass er den Bund meint, was auch immer. Vielleicht übernimmt der Herr Schnöll nach Ostern, hütet dich vor den Iden des März, wir wissen es, so, noch haben wir März. Also, es kann vieles sein. Und die SPÖ wird auch versuchen, optimal ins Rennen zu gehen. Zum Beispiel kann ich mir durchaus vorstellen, dass in der SPÖ nun am Ende, nachdem wirklich alle Scherben am Boden liegen, alle, die, die sich immer geziert hat, nämlich die Doris Burres sagt, okay, dann übernehme ich den Laden. So, kann durchaus sein. Entschuldige, das ist offenbar die Doris Burres, ich kenne sie noch aus dem Nationalrat, ich möchte einzelne inhaltliche Punkte nicht von ihr bewerten, wir sind da relativ konträr immer gewesen, aber die hat ein Standing. Also, du sagst, Doris Burres übernimmt die SPÖ und wer übernimmt die ÖVP? Magnus Brunner. Magnus Brunner, okay. Frau Edg, aber vielleicht kommt der Sebastian Kurz zurück, aber mit dem derzeitigen Personal Was jetzt? Magnus Brunner oder Sebastian Kurz? Mit dem derzeitigen, weiß ich nicht, das ist Sache der Parteien, mit dem derzeitigen Personal gewinnst du keinen Blumentopf, das ist klar. Okay. Lieber Sebastian, Bables Geschichte. Unsinn. Also, ich glaube, dass der unterschätzt nicht nur Gerald Koss, sondern ich bin mir sicher, es gibt einige Leute auch innerhalb der SPÖ, die wünschen sich, dass Babler Geschichte ist, aber man unterschätzt, dass die SPÖ eine Partei mit 150.000 Mitgliedern ist, das ist immer noch einer der Mitgliederstärksten Parteien in Österreich, nicht so ein Wahlverein und ein Marketingkampagnenverein wie der FPÖ. Es ist die Mitgliederstärkste Partei. Es ist die Mitgliederstärkste. Und auch wenn Sie sich, wie typisch Rechte, das habe ich immer und immer wieder erlebt, sich spöttisch und abfällig über ältere Menschen äußern, so wie Sie es jetzt gemacht haben, Rollatoren, Demenken, ganze Zeit beschimpfen Sie alte Leute. Aber Sie dürfen nicht unterschätzen, lieber Herr Kross, die SPÖ ist immer noch die Partei, wo ganz viele Menschen nicht vergessen haben, dass Österreich deswegen so einen Sozialstaat hat und deswegen eine soziale Sicherheit hat, weil die SPÖ maßgeblich dieses Land geformt hat. Bruno Kreisky. Genau, Bruno Kreisky. Jetzt hat Andreas Babler, wenn man sich seine Wirtschaftspolitik anschaut, ganz viele Anleihen im Gegensatz zu seinen Vorgängern, aller Christian Kern, Slimfit, Kanzler und so weiter, bei Bruno Kreisky und seiner Wirtschaftspolitik genommen. Eindeutig, eindeutig. Es war ein Bruno Kreisky, der gesagt hat, mir ist lieber ein paar Millionen Euro mehr Schulden, als ein paar hunderttausend Leute mehr arbeitslos. Das ist genau das Prinzip, was Andi Babler sagt. Er sagt, muss man nur nachlesen. Aber zwar dasselbe sagen, ist jetzt nicht dasselbe. Muss man nur nachlesen. Was Andi Babler gestern zum Beispiel in einem großen Wiener Zeitung Interview gesagt hat. Er hat gesagt, warum sollten wir die Kinderarmut nicht abschaffen in Österreich? Das kostet uns vier Milliarden Euro. Wenn wir 100 Milliarden für den Corona-Wahnsinn hatten, um irgendwelchen Konzernen irgendwelche Förderungen zukommen zu lassen, warum haben wir dann nicht vier Milliarden Euro, um die Armut bei Kindern, zumindest bei den Kindern zu besiegen? Und da höre ich dann sofort, Sozialromantiker, wie will er das finanzieren? Und er sagt zu Recht, nehmen wir es uns von den Reichen. Nehmen wir es uns dort, wo schon genug da ist und gehen wir es den Armen. Und siehe den gerade weg. Genau, zum Beispiel. Du musst ein Entbesteuern. Ist schon weg. Du musst ein Entbesteuern. Dann ist es weg. Wurde ich vertrieben. Lass es mir aussehen. Da wird immer viel zum Holen sein. Es gibt genug. Österreich ist eines der Länder, man schätzt bis zu 400.000 Millionäre in Österreich. Okay? Also, ich bin wirklich sauer bei dem Thema. 400.000. Ich bin wirklich sauer bei dem Thema, weil es gibt, und das zeigen alle Statistiken, in der Krise in den letzten drei Jahren, haben die Reichsten in Österreich ein Drittel zugelegt und der Großteil hat verloren. Und dann sind immer noch Leute wie die ÖVP, FPÖ und NEOS, die sagen, um Gottes Willen, wir dürfen den Reichen nichts wegnehmen, sonst hauen sie ab. Und ich sage, dann sollen sie schleichen. Wenn sie nicht bereit sind, einen Beitrag zu leisten, um die Kinderarmut zu besiegen, sollen sie nicht schleichen. Alles wird sich schleichen, Watt ist ins Red Bull, Porsche, alles weg, alles weg. Nein, nein, ist in Ordnung. Vööster Alpine, natürlich, der Konzern geht nach Tschechien, logisch. Naja, logisch, Herr Dr. Pohlmann. Vööst hat mir vor. Vööst hat mir vor. Vööster Alpine mittlerweile, Herr Dr. Pohlmann. Vööster Lieblings. Nein, darf ich Ihnen Folgendes sagen. Wir haben mittlerweile im sogenannten Autocluster in Graz jene Situation, dass die großen Firmen sich nicht mehr in Österreich ansiedeln und die, die noch da sind, wegziehen wollen. Red Bull hat dankenswerterweise dieser Politik immer mehr Führungskräfte in sich, der sagen, wir gehen nach Thailand. Weil wir wollen uns solche Idioten wie ein Pablo. Wenn es da irgendwelche Manager gibt, die sagen, sie wollen lieber in Thailand leben als in Österreich. Und damit den Österreicherinnen und Österreichern, denen sie auch sehr viel zu verdanken haben, den hier zeigen, dann sage ich Tschüss. Ein bisschen Patriotismus muss man auch als Unternehmer haben. Herr Dr. Paulmänner. Nein, man kann sich das nicht immer aussuchen. Man kann nicht sagen, ich möchte am Fuschelsee residieren und in Sicherheit leben, aber wenn es um Steuern zahlen geht, dann gehe ich nach Thailand. So können Leute brauchen wir hier in Österreich nicht. Schauen Sie. Gut. Er war im Wort. Ich war im Wort. Darf er bitte fertig? Sie können nachher, genau. Es ging um den Andi Babler. Also, Andi Babler macht alles richtig, verjagt jetzt alle Millionäre und auch alle Firmen. Es gibt genug Millionen. Es bleiben dann ein paar linke, da jetzt Kirchner über. Gut, die Sektion 9 und so weiter. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Du sagst, Babler wird alles überleben und wird der nächste Kanzler. Das ist ja deine These, weil du sagst, der Zweite wird Kanzler werden, Babler wird Zweiter werden, damit wird Babler Kanzler werden. Wenn Andreas Babler bei der Nationalratswahl auf Platz 2 kommt mit der SPÖ, dann wird er in einer SPÖ-ÖVP, hoffentlich Grün-Regierung, Bundeskanzler. Davon gehe ich aus. Wenn Andreas Babler bei den EU-Wahlen ein Ergebnis zu verantworten hat, das ungefähr rund um den 20er oder 21, 22 hat, warum soll er deswegen demontiert werden? Er ist nicht der Spitzenkandidat und man kann ihm doch bitte nicht vorwerfen, das Ergebnis bei den EU-Wahlen. Aber ich bin davon überzeugt, und das ist meine Grundaussage, die SPÖ, und das haben wir gerade bei Andreas Babler gesehen, ist die Summe der vielen, vielen Menschen an der Basis und nicht die Bonzen oben. Okay. Und dass er nicht der Liebe in der Bonzen ist, das wissen wir eh, aber dass er deswegen abgesägt wird von der Basis, das glaube ich nicht. Und dass der Auinger für einen anderen Kurs steht, nämlich für die rechte Mitte in der SPÖ und nicht für linksaußen. Ich habe von Bernhard Auinger noch nie etwas Rechtes gehört. Dass Bernhard Auinger als SPÖ-Stadtparteivorsitzender natürlich eine andere Position vertritt in gewissen Fragen, als das wahrscheinlich der Landeshauptmann Tosko Ziel im Burgenland macht, der wirklich sozialistische Wirtschaftspolitik betreibt und finde ich sehr erfolgreich, das ist mir auch klar, aber das heißt doch nicht, dass es deswegen schlechter ist. Bevor du uns dann deine Analyse zum Nehmer gibst, ist das der Geralter. Kennen Sie den Rechtsgrundsatz Kulpe eine Legenda? Das ist das sogenannte Auswahlverschulden. Also wenn man zum Beispiel den Principe von Machiavelli durchliest, dann gibt es ein Kapitel. Ich bin nicht so ein Intellektueller wie Sie. Bitte, jetzt kommen wir wieder in die Steiermark und in Österreich zu. Er tut immer so, als wäre er besser als er ist, nur weil er ein Siegelring muss. Machiavelli hin, Machiavelli her. Ich wusste nicht, dass ich mit zwei Absolventen der Schatz im Silversee liege. Ja, klar. Nein, ich möchte die Folge nicht sagen, Ich kann kein Latein. Den Fürst beurteilt man nach der Auswahl seiner Minister. Und dieser Grundsatz hat sich bis heute in der Politik durchgesetzt. Weiter. Das heißt, der Fürst in dem Fall, übersetzt, der Parteivorsitzende, der einen falschen Spitzenkandidaten auswählt, auf den trifft das Wahlergebnis zurück. Ganz einfach. Das ist der Rechtsgrundsatz. Das ist der Rechtsgrundsatz. Das ist der Rechtsgrundsatz. Ich muss Ihnen eines sagen, die Medici-Herzöge von Florenz waren jetzt auch in keiner Monarchie. Ach so, sondern? Das war demokratisch. Das war nicht die Kaun-Karbonamonarchie. Das war kein Adel, oder? Du siehst die SPÖ so, dass nach der EU-Wahl die Wiener SPÖ Warum muss ich mich jeden Dienstag mit dem Trottel unterhalten? In Person schimpfen Sie schon wieder? Schaust du irgendwann einmal einen anderen hersetzen? Warum schimpfen Sie schon wieder? Ist das nicht so, dass du ihn beschimpfst? Nein, weil ich ja kein Kindergärtner bin oder kein Volksschüler. Wenn du eine Volksschuldiskussion haben willst, dann mach weiter so. Wenn du irgendwann einmal eine gute Diskussion haben willst, dann überlegen wir uns einmal was anderes. Dann machen wir die Geingeladen. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Schritt. Also, der Herr Babler, ich habe es ausgeführt, hat innerhalb der SPÖ keinerlei Zustimmung. Gut. Okay? Der Herr Babler hat die letzten 365 Tage bald Steuervorschläge gebracht, wonach ich auf eine Totalbesteuerung in Österreich auf 367,5% komme. Also er hat mittlerweile so viel Steuern angekündigt, dass wir in Wahrheit 367% Steuern zahlen. müssen zum derzeitigen Einkommenssteuersatz in Österreich von 48,3%. Jedes Mal, wenn irgendwo in dem Land, ich möchte nur Folgendes sagen, jedes Mal, wenn in dem Land irgendwo irgendwas falsch läuft, sagt der Herr Babler, Steuern. Das Beste war am Ende diese sogenannte Umwidmungssteuer. Nach dem Motto, es gäbe keine Grunderwerbsteuer, behauptet er jetzt, er braucht eine Umwidmungssteuer. Die, die am meisten Umwidmungssteuern zahlen müssten, im Übrigen, sind seine Kleingärtnervereine von der sozialdemokratischen Sektion Donnerstadt in Wien. Nur darum, 360% Steuern in dem Land, ich weiß nicht. Also, Babler ist für dich ein Gott sei bei uns. Nein, also. Darf ich bitte zum Schluss noch? Nein, 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 bitte, ich möchte es. Zum Schluss, bitte. Nein, es hat, schau, es gibt intelligente Politiker, es gibt Politiker, die ich inhaltlich nicht teile, die ihre Standpunkte nicht teilen, aber du merkst, schau, Frank Zahnarmer hat einmal was Richtiges gesagt, wenn du willst mit den Adler kreisen, darfst du nicht mit den Hörner becken. Also, wenn du willst mit den Adler pflegen, darfst du nicht mit den Hühnern becken. Passt zu Ostern. So, also, wenn du Kanzler werden willst, dann darfst du nicht, entschuldige, die Politik aus Kikaritzpotschen machen. Und wenn du... Sprich aus Dreiskirchen. Aus Dreiskirchen. Und wenn du 360% Steuersatz in Österreich vor der 367... Hast du jetzt schon viermal wiederholt. So, Schlusspunkt. Was wird aus Nehammer? Das wird extrem interessant. Also, Karl Nehammer, das finde ich wahnsinnig spannend, die Dynamik, die wir jetzt gerade erleben, weil das hat sich in den letzten Wochen erst gerade manifestiert. Du siehst ihn im Wiederaufstieg. Ja, und zwar, ich glaube, dass die ÖVP und die FPÖ ja bekanntlich kommunizierende Gefäße sind. Und ich glaube, das ist genauso, wie wir das bei der KPÖ und bei der SPÖ erlebt haben, wo die ja auch kommunizierende Gefäße sind. Der Klick wird lachen. Haben wir das eher. Ich nehme an, er lacht endlich einmal über sich selber. Das ist auch gut so. Ich finde, man muss auch ein bisschen Humor haben. Also, der Punkt ist, so wie SPÖ und KPÖ kommunizierende Gefäße sind, sind es auch ÖVP und FPÖ. Karl Nehammer gewinnt im Kontrast zu Herbert Kickl an Statur. Das ist doch vollkommen logisch. Er gewinnt an Statur und damit FPÖ stimmen zurück zur ÖVP. Das ist doch vollkommen logisch. Die Leute sagen, jedes Mal, das ist doch vollkommen logisch, jedes Mal, wenn sie Ö24 einschalten, und ein Gerald Gross hier sitzt und die Leute, die alten Leute beleidigt, die Menschen mit Migrationsgeschichte beleidigt. Dann sagen sie, jetzt wähle ich näher. Dann sagen sie, der hat schon manchmal recht. Und das sagen mir die Leute auf der Straße auch. Die Leute sprechen auf der Straße. Jetzt wählen wir näher. Und sagen mir, nein. Die Leute sagen hier, die haben schon manchmal recht, aber diese Untergriffigkeit, diese Niedertracht, dieser Hass, den Leute wie Gerald Gross und die FPÖ da in die Gesellschaft einträumen, das wollen wir nicht. Deshalb wählen uns alle näher. Und deswegen sagen sie, deswegen sagen sie, bei einer ÖVP, die momentan so stark nach rechts blinkt, die so stark nach rechts blinkt, Sie müssen auch lachen. Nein, Sie können ausreden lassen. Ich weiß schon, wann ich lache. Wenn Sie dran sind, dann lache ich. Bei einer ÖVP, die so stark nach rechts blinkt, mit irgendwelchen ominösen Inseraten, wo steht, wer nicht nach unseren Spielregeln spielt, soll sie schleichen und so weiter, dass sie eindeutig in rechts blinken. Und ich glaube, dass Karl Nehammer, obwohl die meisten Menschen sich denken, das ist durchsichtig, aber am Schluss werden sie sich denken, ich will Protest, wie bei der KPÖ. Ich will Protest, aber ich will nicht an Kanzler. Wie du vorher gesagt hast. Das glaube ich auch, ja. Und du sagst, der holt sich jetzt schön langsam die Stimmen zurück. Ich glaube, der wird 24, 25 Prozent bekommen. Bei der EU. Nein, bei der Nationalratswahl. Bei der EU-Wahlen, glaube ich, liegt es einfach daran, dass der Karas nicht kandidiert und die restlichen Kandidaten kennt keiner. Und sei mir nicht böse, wenn ich da sehe, irgendwelche dubiosen Leute auf der Liste, die mit irgendwelchen Agrarkonzernen verbandeln. Also du sagst, er wird 24 bis 25 Prozent bekommen. Bei der Nationalratswahl. Und damit ist er der nächste Kanzler. Nein, ich glaube, dass der Babler knapp vor ihm zu liegen ist. Nein, der Babler macht 30. Nein, 25 Prozent. Der Werner Kogler macht 22. Das heißt dann, sein großer Verlierer wird dann der Herr Kickl sein. Der Herr Kickl wird, meinen Empfinden nach, eher so bei 26, 27 Prozent. Der wird der Verlierer der Wahl sein. Nein, verliere nicht. Das ist ja ein ordentlicher Zugewinn. Aber es ist nicht das, was die Leute sich erträumt. Aber alle drei werden gleich auf sein, nach deinem Gefühl. Ich glaube, dass der Abstand nicht sehr groß ist. Und du wirst sagen, es wird bei Kickl wie bei Dankl sein, die Lärten werden krähte Füße kriegen und abhauen. Am Schluss, das zeigt sich jetzt schon. In die Mitte, statt nach rechts aus. Du siehst, entschuldige, du kannst sehr... Der Kickl ist der rechte Dankl. Vergleich doch mal die Aussagen eines Herbert Kickl mit einer Marlenes Watzig oder einem Manfred Heimbuchner. Da siehst du graduell Unterschiede. Und die einen regieren und der andere ist Oppositionspolitiker. Und die Leute sagen, wir wollen einen Watchdog, einen Bullterrier Kickl, aber wir wollen keinen Kanzler Kickl. Wir haben ja schon gesehen, was er als Interview aufgeführt hat. Der Kickl ist der blaue Tankl, deiner Meinung nach. Doch ich glaube, dass viele Menschen den Tankl genauso aus Wut und Protest gewählt haben, wie sie den Herbert Kickl auf Bundesebene haben. Aber dann letztendlich nicht mehr, weil sie kalte Füße kriegen und gesagt, um Gottes Willen. Nicht so viel. Der wird schon der Wahl erfolgen. Der soll nicht Bürgermeister werden. Genau. So, ist der Kickl der blaue Tankl? Nein, nein, ich komme mir ganz zu. Das war sehr logisch, was er gesagt hat. Nein, nein, bis vorige Woche hat der Dr. Bornmänner gemeint, der Kickl wird den Totalabsturz erleben. Habe ich nie gesagt. Und wie der Herr Babler, Parteivorsitzender geworden ist, hat er erklärt, wir werden jetzt von Woche zu Woche sehen, wie Kickl runter geht und Babler rauf geht. Das ist jetzt genau vor einem Jahr gewesen. Der Herr Babler liegt jetzt bei den Rohdaten, bei der Kanzlerwahl, bei exakt 15 Prozent. Er liegt bei 23 Prozent. Bei der Kanzlerdirektor? Weil wenn du einen Kanzler direkt wählst, es wird aber kein Kanzler direkt gewählt. Ja, dann fragst du nicht ab. Das sind ja deine Umfragen. Ja, aber entschuldigung, gewählt wird ja noch immer die Partei. Wie, 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 wie? Machen wir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja. Jeder, 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 jeder zimmert jeden Tag seine Arme. Also du sollst uns die Frage zu Recht, damit es nur ein Eingeständnis nicht gibt, dass er ständig scheitert. Lieber Gerhard. Alle Scheißen, der Groß nicht, gell? Wird der Herr Kickl das Schicksal des Herrn Tankl erleben? Das ist eine durchaus spannende These, dass man sagt, den wählt man, weil man Wut hat, aber wenn es soweit ist und der eine soll Bürgermeister werden, will man ihn nicht. Und wenn der andere Kanzler werden soll, wird man ihn auch nicht wollen. Also, wenn das so stimmen würde, wie der Herr Dr. Bornmäner meint, dann wäre Manfred Heimbuchner nicht Landeshauptmann-Stellvertreter, Marlenes Watzig nicht Landeshauptmann-Stellvertreter, Landbauer nicht Landeshauptmann-Stellvertreter, die haben alle ein Wahlergebnis von 25 bis 27, 28 Prozent. Genau, sagt er ja. So, jetzt haben wir aber folgendes Problem, dass alle anderen Herausforderer über die 20-Prozent-Hürde nicht kommen, und das seit einem Jahr. Und wenn jetzt der liebe Herr Bornmäner meint, dass das total spannend ist, Nehammer kommt zurück, kommt auf die Bühne, dann möchte ich bei der Gelegenheit folgendes sagen, dass der Herr Nehammer seit vier Wochen abgetaucht ist und keiner weiß, wo ist. Vielleicht ist das das Geheimnis. Im Kanzler. Er macht es besonders spannend. Er kommt einfach nicht mehr. Er macht vielleicht Kuba-Libre-Partys mit seiner Frau. Vielleicht hakelt er auch. Und jede Kobra-Beamte oder was auch immer. Kann er ja machen. Oder er sucht das Handy vom Herrn Pilner-Check. Kann er auch machen. Feel free. Sie können alles machen. Nur ich sage euch Folgendes bei der Gelegenheit. Die Menschen haben es in Wahrheit satt. Die Menschen haben es satt, jeden Tag in Graz, in Wien, in Österreich einen Einzelfall zu erleben unter einem Innenminister Kana und einem Vorgänger Nehammer. Darüber reden wir gleich. Die Menschen haben es satt, dass die Rezession und die... Ja, reden wir gleich. Die Menschen haben es satt, dass wir mittlerweile in eine Pleitewelle hineinschreiten, wo mittlerweile jeder dritte Betrieb es in die Haxen begraut. Und deshalb wird nie haben wir abgewählt. Die Menschen haben es satt, dass WIFO und IHS beide mitteilen, dass sie ihre Wachstumsprognose korrigieren müssen, dass wir in Wahrheit bald ein Minus, einen Rückgang der Wirtschaftsleistung haben. Die Menschen haben es satt, dann im Fernsehen zu erleben, einen Herrn Stocker, der mit der Erwin-Bröll-Gedächtnis-Tonsur, also mit einem klotzenden Kopf auftritt, der quasi das Schuhstubel vom Bröll war. Jedes Mal, wenn es gefährlich geworden ist, hat man Stocker vorgeschickt. So, das kennen wir ja. Der dann alles erklärt. Ja, die ÖVP ist die beherrschende Partei des Landes. Die Menschen haben es satt, die politischen Prozesse zu erleben. Eines Herrn Kurz und anderer Regierungsmitglieder. Die Menschen sehnen sich auch nach Abrechnung und nach einer besseren Zukunft. Und ja, die kann Herbert Kickl garantieren. Davon bin ich fest überzeugt. So, das war das Wort zum Dienstag von Gerald Gross. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann bedanken wir uns wie immer bei ihm, dass er uns das nächste Thema vorgegeben hat, nämlich die Menschen haben es satt, jeden Tag einen Kriminalfall zu erleben. Und darüber reden wir gleich. Dritte Runde, dritte Halbzeit, müsste man fast sagen, an diesem Fußball-Dienstag. Im Match Gross gegen Bornmänner. Österreich gegen Türkei, wer vertritt die Türkei hier? Gut, also. Gut, Österreich gegen Chile. Wie immer wir es benennen wollen. Gerne. In Wahrheit Österreich gegen Österreich, Steiermark gegen Waldviertel. Das ist viel entsprechender. Und jetzt diskutieren wir über das Thema Nummer eins in Österreich in letzter Zeit. Bis jetzt war es die Teuerung. Man hat eigentlich das Gefühl, es gibt ein neues, dominierendes, politisches Thema in dem Land. Und das ist die Gewalt und insbesondere die Ausländerkriminalität. Gerald Karner versucht sich jetzt jeden Tag als politischer Feuerlöscher, im wahrsten Sinn des Wortes. Er hat zuerst seine Asylzahlen präsentiert und mitgeteilt, es gibt kein Land in Europa, wo die Asylzahlen auch nur annähernd so sinken wie in Österreich. Es sind viel niederer als im letzten Jahr. Und das, was Gerald Gross hier verzapft, ist ein Blödsinn, wie er unterschwellig gemeint hat. Punkt zwei, er hat dann die Kriminalstatistik präsentiert, da musste auch er zugeben, dass mittlerweile die Hälfte aller Verfahren von Ausländern getätigt wird. Und wenn man die Steuerverfahren anzieht, sind es wahrscheinlich drei Viertel aller Verfahren, die von Ausländern getätigt werden. Und er hat letztendlich heute zur Tat, ist er geschritten, und hat ein Waffenverbot für den Räumenplatz verhängt und überlegt jetzt ein Waffenverbot für ganz Wien, was ich für sehr spannend finde. Bist du jetzt, so wie bei Nehammer, auch bei Kahn der Meinung, der Mann ist gut, kommt zurück, totgesagte leben länger? Nein. Also ich wusste, bis du ihn erwähnt hast, nicht, dass der Innenminister Kahn heißt. Ich glaube, es ist auch vollkommen irrelevant, weil die Leute, die die wirkliche Haken machen, sind die Polizistinnen und Polizisten, von denen habe ich eine sehr hohe Meinung. Und ich glaube, dass gerade die ÖVP, die seit vielen Jahren mit kurzen Unterbrechen, von Herbert Kickl und der hat es auch nicht besser gemacht, die österreichische Exekutive ausbluten lassen, das ist die ÖVP. Also die brauchen Sie nicht hinstellen, und so tun alles wären Sie die Sicherheitspartei, weil die, die für Sicherheit sorgen, sind die Polizisten und Polizisten, viel zu wenig Personal, viel zu wenig Ausrüstung und viel zu wenig Handhabe, um mit den Kriminellen wirklich fertig zu werden. Aber ein wichtiger Punkt ist die Kriminalstilistik, haben wir die genau angeschaut. Und vor allem haben wir die Nationalität angeschaut, weil wir ja immer wieder hören, kulturfremde Leute kommen in unser Land und machen alle schlimme Sachen. Schauen wir uns an, wer die Kulturfremden sind. Die meisten sind Rumänen. Sind die Rumänen kulturfremd? Nein, schon mehr. Nein, glaube ich nicht. Also Entschuldigung, sagen wir nicht böse, ich kenne Rumänen. Das ist nicht kulturfremd. Und schauen wir an, wie viele Menschen aus Rumänien und Österreich wirklich wertvolle Arbeit in der Pflege, in der Erziehung und im Gesundheitsbereich leisten. Also kein böses Wort gegen die Rumänen. Zweitens, Nummer zwei, Deutschland. Ja, ich glaube auch, dass wir manche Leute aus Deutschland haben, vor allem aus dem Osten von Deutschland, die die AfD wählen. Das ist wirklich kulturfremd, wenn wir mit diesem völkischen Unsinnwillen nichts zu tun haben. Aber ansonsten sind die Deutschen eigentlich unsere Kulturbrüder, habe ich immer geglaubt. Nummer drei, Serbien. Sind die Serben, die Bruderschaft getrunken haben mit Heinz-Christian Strache und wo es ja, glaube ich, auch familiäre Verbindungen gibt in der FPÖ, sind die jetzt auf einmal kulturfremd? Ich glaube auch nicht. Okay, Nummer vier haben wir dann die Syrer. Da sind sie. 9.000 von 329.000. Okay, das sind die Syrer. Und auf Platz fünf haben wir die Ungarn. Sind die Ungarn jetzt auch kulturfremd, wo sie ja jeden Tag ein- und ausgehen, wenn man Viktor arbeitet? Ich glaube nicht. Also, was möchte ich damit sagen? Nehmen wir das Thema ernst. Schauen wir, dass wir unseren Polizisten mehr Personal geben, dass wir ihnen mehr Ausrüstung geben, dass wir ihnen mehr Handhabe geben. Auf jeden Fall. Bin ich dafür, dass wir Leute durchsuchen können? Bin ich für Verbotszonen? Ja. Warum spricht die FPÖ eigentlich gegen Verbotszonen? Warum will die freiheitliche Partei die Leute nicht durchsuchen? Ich finde, ganz Wien eine Waffenverbotszone werden. Ich finde, ganz Österreich soll eine Waffenverbotszone werden. Ganz Österreich soll eine Waffenverbotszone werden. Ich sage da was. Das ist aber ein guter Forscher. Seien wir nicht böse. Den wollen wir jetzt einmal wieder einragen. Ich höre mir an. Ganz Österreich soll ein Waffenverbotszone werden. Ich zitiere. Es ist naiv zu glauben, mit einem allgemeinen Waffenverbot im öffentlichen Raum auch nur eines der vielen Katastrophalen und Sicherheitsprobleme lösen zu können. Mit weiteren Verschärfungen ließe sich die Kriminalität nicht bekämpfen. Die Entwaffnung der rechtstreuen, unbescholtenen Bürger ist eine unnötige Kriminalisierung von Waffenbesitzern. Sagt wer? Sagt der FPÖ-Sicherheitssprecher. Übrigens ein Steirer. Also, ich sehe, die FPÖ ist dagegen, den öffentlichen Raum sicherer zu machen. Und Andi Babler übrigens sagt, zu Recht, viel mehr Personal in der Exekutive, viel mehr Handhabung für die Exekutive und selbstverständlich eine Waffenverbotszone. Warum muss irgendjemand mit einem Butterfly irgendwo rumrennen? Nicht nur ein Prater stehen. Das könnte überall verboten. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Butterfly und Anwalt, all diese Waffen, die nachweislich nicht zum Aufstehen von einem Butterbrot sind, gehören verboten. Warum muss das immer verkauft werden? Ich bin gerade vorher durch die Daborstraße gegangen, da habe ich einen Waffenladen gesehen, da verkaufen es Macheten und Butterflies und alles Mögliche. Direkt am Donaukanal. Frei, kannst einfach reingemitieren und abstechen. Was soll das? Also darüber sollten wir reden. Nicht böse und nicht über kulturfremd. Bravo. So, das gibt einmal einen Zwischenapplaus, den Sebastian Bornmänner. Jetzt bist du dran. Also erstens, nicht mehr mit Genugtuung zur Kenntnis, dass jene Zahlen, die ich vor drei Wochen hier mit einer Grafik präsentiert habe, die vom Dr. Bornmänner alle quasi der Lüge geziehen wurden, alle stimmen, dass er mittlerweile mit drei Wochen Verspätung draufkommt, und dass die 42% Verurteilungen von Ausländern mit nicht-deutschem Pass, mit Migrationshintergrund und die 48% Ausländer als Tatverdächtige unbestritten sind. Er hat das als Lüge des Express abgetan, obwohl die Grafik nur der Express gemacht hat, die Zahlen hat die Statistik Austria geliefert. Er hat dann auch noch gemeint, die Eltern sind schuld, wenn ihre Kinder umgekehrt werden. Reden wir jetzt über das Thema oder über mich? Ich rede jetzt. Wir sind ein bisschen fixiert. Ich rede jetzt. Nein, ich bin einmal froh, dass sie diese Zahlen zu Ihnen nehmen. Der zweite Punkt ist, um Ihnen ein wenig zu helfen, Herr Dr. Bornmänner. Schauen Sie, ich kenne die Statistiken auch, ich war Sicherheitssprecher, ich war im Innenausschuss. Wir haben schon vor 20 Jahren, insbesondere 2008, 2009, darüber diskutiert und darüber hinaus, warum diese Zahl, diese Ziffer mit Deutschland nicht zulässig ist, die insulieren würde, es ist der bayerische Gschaftlmacher Hurber, der einer kommt mit einem Knüppel und dem anderen eine über die Rübe schlackt und damals haben, nahmhafte Vertreter des Innenministeriums und Polizisten, naja, Deutsche sind sie zwar noch ein Boss her, aber sie schauen nicht aus wie ein ursprünglicher Bayer, sondern sie sind eingebürgerte Deutsche. Was ist ein ursprünglicher Bayer? Sie sind eingebürgert. Der ÖZ oder was? Sie sind eingebürgert. Ja, aber es sind ja auch Vermögens- und Verkehrsdelikte ja auch dabei. Ich stehe jetzt auf, wenn ich nicht ausdiskutieren kann. Du darfst da gehen. Okay, passt. Also setz dich wieder hin, setz dich hin und benimm dich. Nein, ich diskutiere nicht, wenn du ihn ausreden kannst, ich eine Ruhe gebe und ich nicht einmal einen Gedanken, einen Satz formulieren kann. Weil ihr offenbar ein Problem habt. Aber sprich bei ihm bitte dann auch jemand dazu. Ich sage kein Wort. Weil ihr ein Problem habt mit Zahlen. So, wir sagen kein Wort mehr. Wir sehen bei dieser Geschichte, wir sehen bei dieser Geschichte, dass wir einerseits Menschen haben, die zwar den deutschen Pass haben, aber ja, auch den erst vor wenigen Jahren bekommen haben und nicht durch Geburt oder durch Abstammung oder sonst was. Ich möchte mich da gar nicht näher drauf einlassen. Das, was wir derzeit haben, und das haben wir bei den, der zweite Punkt, den hast du richtigerweise gesagt, auch das stimmt. Wir haben sehr viele Finanzdelikte drinnen. Ja, wir haben Finanzdelikte. Durfte ich aber nicht sagen. Nein, nein, doch, doch. Wir haben Finanzdelikte drinnen. Wenn wir die reinen Straftaten gegen Leib und Leben bereinigen und um das geht es, dann haben wir zwei Drittel mit Migrationshintergrund und dann haben wir nicht die Deutschen, die sie nicht mögen, auch die Ostdeutschen an der Spitze, das möchte ich Ihnen bei der Gelegenheit auch sagen, sondern hast du die klassischen Herkunftsländer, wo wir seit Jahren mit Kriminalität zu tun haben, die wir in Wahrheit in unserem Land nicht brauchen. So, und wie kriegen wir das in den Griff? Nein, nicht durch ein Waffenverbot. Es gibt in Österreich ein Verbot, Kriminalität auszuüben. Es gibt in Österreich ein Verbot, einen anderen nicht zu erstechen. Es werden trotzdem Menschen erstochen. Wissen Sie, und ich habe jetzt langsam ein Problem damit, und zwar ein ganz ein gewaltiges Problem, dass wir Step by Step unsere eigene Freiheit aufgeben, weil andere Menschen mit unserer Freiheit nicht umgehen können. Wir sollen also im Übrigen die meisten Attentate, Mordattentate und die meisten Messerstechereien finden, mit normalen Küchenmessern zu tun. Ihre Theorie folgend, dass wir das Butterfly verbieten müssen, weil es bei drei Messerstechereien vorgekommen ist, müssen wir das Küchenmesser verbieten, weil die meisten Attentate auf Leib und Leben geschehen mit einem ordinären Küchenmesser, mit einem Fleischermesser. Sie können auch ein Fischmesser verwenden, wie auch immer. Das möchte ich Ihnen bei der Gelegenheit sagen. Wenn wir also jetzt beginnen, bei jeder Geschichte, bei jeder Geschichte, immer alles zu verbieten, nur weil Menschen, die wir nicht gebeten haben in unser Land kommen, damit nicht umgehen können, dann müssen wir in Zukunft die kurzen Röcke der Frauen verbieten, diesem folgerichtig folgend, dieser Theorie, weil Männer, die nicht geladen wurden, aber hier sind, sich von kurzen Frauenröcken provoziert fühlen. Wir müssen also das Messer verbieten, weil Menschen einen Alltagsgegenstand, einen Toschenfeitel, mit dem er sich einen Speck aufschneit oder einen Käse aufschneit, in eine Burschenschank geht, etc., plötzlich als Waffe missbrauchen. Wir müssen daher in Zukunft auch die homosexuellen Lokale verbieten. Ja, genau dieser Theorie folgen, weil es einige Menschen gibt, die Sie in das Land gebeten haben, die zutiefst homophob sind und am liebsten homosexuelle Lokale in die Luft sprengen wollen. Wir müssen dann am Ende auch die jüdischen Synagogen verbieten, weil Sie, Herr Dr. Bornmänner, Antisemit in unser Land geholt haben. Das sagen Sie wohl, mit dem Judentum nichts zu tun haben. Daher sage ich Ihnen eines. Wir haben unsere Lebenskultur, wir haben unsere Freiheit, wir haben unseren Toschenfeitel, wir haben unser Auto. Wir müssen im Übrigen auch die LKWs verbieten, weil auch LKWs sind, wenn wir an den Breitscheidplatz trinken, an das Attentat gegen den Weihnachtsmarkt mit über 20 Toten, eine Mordwaffe geworden. Wir müssten die Autos verbieten, weil in Graz hat es einen Amokläufer gegeben, der hat mit einem Auto Menschen umgebracht. Herr Dr. Bornmänner, wenn wir also hergehen und jedes Mal alles verbieten, was in Wahrheit von uns nicht als Zeichen der Aggression gebraucht wurde, sondern ein Teil unserer Freiheit ist, dann müssen wir uns am Ende wie Österreicher selbst verbieten. Ich würde einen anderen Vorschlag bringen, in einem Satz. Machst du jetzt irgendwann einmal eine kurze Pause, damit du eine Frage stellst. Ich war jetzt sehr ruhig. Wir lassen die gar nicht herein, die unsere Freiheit gegen uns nicht brauchen. Das wäre intelligent. Gut, genau das wollte ich fragen. Also, du bist gegen eine Waffenverbotszone. Ich verstehe nicht ganz, warum, aber du bist gegen eine Waffenverbotszone. Wahrscheinlich hat er ein Fleischmesser einsteigt. Ja, Punkt eins. Du bist aber für eine Festung Österreich, richtig? Ich bin für eine Schutzburg Österreich, woher ich bin. Schutzburg, ja. Für strengen Grenzkontrollen. Also, warum gegen eine Waffenverbotszone und was ist da? Nein, nein, Achtung. Zu einer Festung Österreich? Ich habe für, nein, Achtung, auch ich muss differenzieren. Eine Waffenverbotszone, habe ich überhaupt kein Problem. Wenn du zum Beispiel eine Drogenverbotszone quasi vor einer Schule einführst, dann bedeutet das ja nichts anderes, nicht, dass du dort die Drogen nicht verbietest, weil die sind überall verboten, in ganz Österreich, nicht nur in dieser Zone, sondern überall, sondern bedeutet, dass du den Sicherheitskräften mehr Möglichkeiten gibst, um zum Beispiel sofort Personen zu kontrollieren. Dann geht es ja, ja. Im Übrigen, das kann ich unterstützen. Gegen FPÖ-Linie? Nein, das unterstützt sie, wissen Sie warum, das unterstützen witzigerweise die Linken nicht, weil sie sagen, das ist eine rassistische Polizeipolitik. Nein, nein, der Ludwig hat es unterstützt. Und die Braunen steht nicht. Es ist witzig. Es ist die FPÖ. Es ist witzig. Es sind die Rechten. Es ist witzig. Dann wird also endlich der Polizei die Möglichkeit gegeben. Na, bleiben Sie ehrlich. Nein, nein, nein. Dann wird endlich der Polizei die Möglichkeit gegeben, jene zu kontrollieren, von denen ich schon längst eine Kontrolle habe. Also ich habe nichts gegen Messerverbotszonen, ich habe nichts gegen Sicherheits- und Schutzzonengesetzungen, aber ich halte etwas davon, quasi ein Waffenverbot für ganz Österreich zu verordnen. Das halte ich für einen Schwachsinn. Weil du mit dem Schießgewehr noch durch die Südsteiermark gehst. Ich gehe nicht mit dem Schießgewehr durch die Südsteiermark, aber ich habe zum Beispiel in meiner Lederhosen einen Knicker drinnen. Wie komme ich dazu, das ist ein Teil des Brauchtums, auf den Knicker zu verzichten? Wie komme ich dazu, unsere Jäger zu entwaffnen, unsere Förster zu entwaffnen, die einen Feitel drinnen haben? Wie komme ich dazu, sehr viele Leute am Land haben ein Schweizer Taschenmesser, weil sie irgendwas aufschrauben, etc. Wie kommen wir dazu? Es hat eine Klinge und ist so groß. Wie kommen wir dazu? Woher machst du die Grenze? Es rennen die Österreicher. Die Kirschenkern-Kalle und die Schmaßwaberlerni ist noch nie mit einer Machete umhert umgerannt. Noch nie mit einer Machete umhert umgerannt. Eben, dann ist sie ja auch nicht betroffen, oder? Nein, ist nicht betroffen, aber warum darf jetzt die Schmaßwaberlerni kein Schweizer Messer mehr anbieten und andere mit Macheten reinkommen? Ich erkläre es Ihnen, Herr Kassi. Warum muss die Schmaßwaberlerni um drei Uhr in der Früh mit dem Fleischmesser am Braterstein rumrennen? Das kann alles gesund im Hinblick sein, oder? Die meisten Messerstechereien vor dem Tiche und vor dem McDonalds sind am höchsten Tag passiert. Eben? Ja, ja, nein. Nicht mit um drei in der Früh im Brater. So, also, du willst aber eine Festung Österreich. Ich will eine Schutzburg Österreich. Kein Waffenverbot, Wird da kontrolliert? Ich möchte, dass wir in unseren Landesgrenzen eine gute alte Freiheit bewahren, eine gute alte Sicherheit bewahren und ich denke nicht daran, dass wir unsere Freiheit aufgeben, nur weil er transkontinental Syrer und Afghanistan freiholen wird, wenn wir das in den Teilernproblemen haben. Also, es soll eine deutlich stärkere Grenzkontrolle geben, es soll keine Zuwanderung mehr geben. Ich bin wieder der Meinung, dass wir die Polizisten an der Grenze und nicht verkirchen brauchen. Ich sehe jetzt am Sonntag, mit Verlaub gesagt, die Prozession vom Wiener Erzbischof und sehe dann dort zig Polizisten, zig Leute von... Das Wort Terrorschutz. Ja, und das verstehe ich ja nicht, mein lieber Wolfgang. Ich verstehe nicht, warum wir die Polizisten von den Grenzen abgezogen haben und sie nun vor unsere Kirchen steuern müssen. Ich verstehe nicht, warum wir sie von den Grenzen abgezogen haben und sie nun unsere Weihnachtsmärkte beschützen müssen. Ich verstehe nicht, warum wir die Polizisten von den Grenzen abgezogen haben und sie mittlerweile heute vor Kindergärten stehen müssen. Das verstehe ich nicht. Dann hätten wir die Polizisten und dann hätten sie an der Grenze stehen lassen. Dann hätten sie nämlich die Mörder, die Terroristen und die Schlechteren einlassen. Das macht ein vernünftiger Mensch. Ein unvernünftiger, ideologisierter Mensch lasst zuerst die Mörder ein und schreit dann nach dem Motto, halt und den gib, jetzt brauchen wir aber mehr Polizei. Jetzt brauchen wir mehr Polizei. Jetzt brauchen wir ein Waffenverbot. Wir brauchten in Österreich nie ein Waffenverbot. Weil er seine Kumpanes aus aller Herren Länder der Welt einholt, brauchen wir mittlerweile ein Waffenverbot. In Zukunft machen wir ein Frauenverbot, weil seine Kumpanes mit Frauen nicht umgehen können und alle vergewaltigen wollen. Ja, wo hören wir denn auf? Gut, du willst die Polizisten an der Grenze haben. Der Herr Karner hat gerade, nicht zuletzt in deine Richtung gesagt, es gibt so viel Asyl, es gibt so wenig Asylansuchen wie noch nie in Österreich. Es sind um 20 Prozent weniger als im letzten Jahr. Und Österreich ist das einzige Land in Europa, neben Dänemark, wo die Asylzahlen rückgleichen. Wenn du von 100.000 Asylwerbern, die im Übrigen eine ähnliche Quote waren wie 2015, auf 60.000 Asylwerber runterkommst, mit Verlaub gesagt, dann ist das kein Erfolg, sondern dann ist das in Wahrheit eine Bankrotterklärung einer Asylpolitik. Warum? Weil wir Dublin I und Dublin II haben und daher per se jeder, der nicht über Lichtenstein die Schweiz oder die internationalen Flughäfen reinkommt, illegal ist. Und ich weiß nicht, warum wir nicht einmal in Österreich von einer Europapartei wie der ÖVP, die immer sagt, die Europäische Verfassung, die Europäische Verfassung, nicht einfach europäische Gesetzgebung einhalten. Gut. Okay, so jetzt hast du die Schlusswort. Dankeschön. Jetzt darf ich eben genauso unterbrochen. Sagst, ob der Herr Kahn errecht hat, Ich habe sie nicht unterbrochen. Schau mal. Dass die Asylzahlen zurückgehen, dass sich die Asylsituation in Österreich entspannt und warum haben wir dann immer mehr Gewaltdelikte? Also wir haben ja gerade gesehen, an der Statistik und der Gerald Gross kann mir keine anderen verifizierten Zahlen nennen, als die, die veröffentlicht wurden, auf Platz 5 sind die Ungarn. Könnte das vielleicht damit zu tun haben, dass der Viktor Orban, sein Busenfreund, einfach keine Außengrenzkontrolle macht, wie er es eigentlich machen müsste, weil unser Steuergeld als Nettozahler Österreich, wir pumpen Milliarden nach Ungarn und kriegen nicht einmal die Sicherheitsleistung von denen. Und Sie gehen nachher noch nach Budapest gemeinsam mit anderen FPÖlern und danken dem Viktor Orban dafür, dass er uns die Kriminellen... Das war aber nicht die Frage. Nein, aber das ist einer der Gründe dafür. Also wenn wir uns anschauen, er sagt, wir brauchen einen funktionierenden EU-Außengrenzschutz und applaudiert denen, die das unterwandern und uns die Kriminellen schicken. Aber die Frage war... Ich lasse nicht zu, dass Österreich eingekerkert wird. Das ist doch krank. Ich werde doch nicht zuschauen, wie wir wieder einen eisernen Vorhang mit Stacheln da draufziehen, wo jeder, der rein und raus will, zehnmal durch die Passkontrolle muss, wo es fünf Stunden Wartezeiten gibt, wenn du nach Jesula am Strand fahren willst, nur weil der Gerald Groß Angst hat, dass in seinem Refugium von irgendjemandem angriffen wird. Nein. Einsperren, dass die Österreicher unfrei werden, weil sie Angst haben, Herr Groß, das brauchen wir nicht. Was wir wirklich brauchen ist, dass wir den Polizisten, erstens mal mehr Polizisten und zweitens mehr Instrumente in die Hand geben, damit sie endlich kontrollieren können, weil jemand wie Sie sagt, die Polizisten dürfen nicht kontrollieren, weil das ist Ihre Partei. Rufen Sie den Herbert Kickl an. Sagen Sie ihm lieber, Herbert, da bin ich nicht deiner Meinung. Machen Sie das? Haben Sie ihm öffentlich widersprochen? Nein. Interessant. Aber hier auf einmal der große Freiheitskämpfer. Ich bin der Meinung, wir brauchen in Österreich viel, viel mehr Polizei auf der Straße. Wir haben vor kurzem, gerade in Favoriten, Favoriten hat ungefähr so viele Einwohner wie Linz, aber hat ungefähr halb so viele Polizisten wie Linz. In Favoriten wurden die Planstellen runter dezimiert. Warum eigentlich? Warum spart man die ganze Zeit an den Orten, wo es die Polizei braucht? Warum tut man dort sparen und inszeniert sich nachher als großer Polizeifeuerlöscher? Das ist doch unglaubwürdig. Meine Theorie, meine Annahme ist, der ÖVP und der FPÖ sind die armen Leute in Wirklichkeit wurscht. In Wirklichkeit ist ihnen die Leute, die in Favoriten leben, wurscht. Aber in Klosterneuburg, wo die Hannemik Leitner lebt, dort haben wir viel Polizei. Und das ist genau diese Form von Verachtung von armen Menschen. Dort, wo viele arme Menschen leben und viele Migranten sind halt auch arm, dort gibt es wenig Polizeipräsenz und dort, wo die reichen Leute leben, dort ist viel Polizeipräsenz. Und das ist mit eines der großen Probleme, Herr Groß. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass Herr Herbert Kickl eine große Polizeipersonaloffensive gestartet hätte und in Favoriten Planposten hochzogen hat. Okay. Aber wie auch immer, ich bin ja der Meinung, und deswegen ist mir das so wichtig, Herr Groß, ich möchte für Sicherheit sorgen. Ich will nicht diesen Rassismus, den Sie da rauslassen. Und das können die Leute nicht mehr leiden. Die Leute können es nicht leiden, dass sie jeden Türken, jeden Afghanen, jeden Syrer zum Vergewaltiger erklären. Das haben die Leute satt, weil sie die Erfahrung gemacht haben. Der Türke, der Afghanen, der Syrer, der reinigt für mich, der fährt meine Pakete rum, der macht den Taxi, der macht den Kebab. Das sind nicht alles Verbrecher und Vergewaltiger, Herr Groß. Aber ich möchte der Polizei und dem Sicherheitsapparat endlich die Möglichkeit in die Hand geben, um die faulen Äpfel, die es gibt, endlich zu erwischen und auszuschreißen. Also Waffenverbotszone, mehr Polizei. Soll es jetzt einen effektiven Grenzschutz, eine Festung Österreich geben, damit nicht weitere Asylsuchende hereinkommen? Wir haben gerade die Terror-Experten gehört am Wochenende. Die sagen, diese ISPK-Juristen sind gedahnt, als Flüchtlinge unter anderem nach Österreich gekommen. Meiner Meinung nach darf es nicht sein, dass ein einziger unkontrollierter, unregistrierter, unbeamtshandelter Flüchtling von der Außengrenze bis nach Österreich kommt. Ich möchte, dass die Leute, wenn die offensichtlich über sichere Drittländer in Ungarn anstranden, in Ungarn an der Grenze ein Verfahren bekommen, untergebracht werden und wenn es einen negativen Asylbescheid gibt, wieder weggeschickt werden. Ungarn an der Grenze. Weil die EU-Außengrenze ist. Ungarn hat da keine EU-Außengrenze. Natürlich hat Ungarn eine EU-Außengrenze. Nach wohin? Nein, entschuldige. Die Flüchtlinge kommen aus Kroatien, aus einem EU-Land nach Ungarn hinein. Nach Serbien. Die Balkanroute geht über Ungarn. Seien wir nicht böse. Also, nein, 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 nein. Die Balkanroute, also Ungarn ist eines der wichtigsten Länder. Das ganze Burgenland, wo man die ganzen vielen Zahlen, Nickelsdorf, ich war ja selber an der Grenze 2015, die sind alle über Ungarn gekommen. Da hat der Viktor Orban gesagt, schleicht euch nach Österreich, den Idioten, die fluten wir jetzt mit den Flüchtlingen, statt seiner Verantwortung nachzukommen. Und wissen Sie, was Viktor Orban gelernt hat? Von Leuten in Wiener hat er auch noch Applaus dafür bekommen. Schaut, dass man ihm sagt, wir streichen ihm die EU-Gelder. Weil das müssten wir eigentlich mit in Ungarn machen. Wir müssen ihm das Geld einfrieren. Jeder, der kein ordentliches Asylverfahren macht und seiner Schutzfunktion für Europa nachkommt, dem müssten wir das EU-Geld streichen. Stattdessen sagen Sie was? Wir sollen Geld in einen Maschendrahtzaun mit Stacheldraht rund um Österreich bauen, damit wir Österreicher eingesperrt werden, wie damals in DDR und Ostblock-Zeiten. Na sicher nicht, Herr Groß. Lernen Sie Geschichte. Wir wollen als Österreich nicht eingesperrt sein. Tu uns Ihre Festungsfantasien bitte in Deutschlandsberg umsetzen, aber zwingen Sie nicht uns Österreicher in das Ganze. Dr. Bonmänner, erster Punkt, kurze Antwort. Aber bitte nicht schreien. Kurze Antwort. Von allen Asylwerbern, die im Übrigen nach Ungarn kommen, haben genau fünf einen Asylantrag gestellt, voriges Jahr in Ungarn. Fünf Stück. Weil Ungarn unter Viktor Orban Asylwerber nicht in die Sozialsysteme lässt, wie wir. Das heißt, alle Asylwerber, weil er nicht so blöd ist wie wir. Deswegen schickt er es uns, oder? Guter Typ. Schickt gar keiner. Super Typ. Sie bleiben nicht, und nachdem Viktor Orban gemäß ihrer Weisung keine Zäune zu bauen, auch bei der Ausreise, er hat Zäune drauf. niemanden festzusetzen, aber lässt sich alle durch. alle reisen lässt, genauso wie sie es wollen, suchen sich die Flüchtlinge. Herr Dr. Bonmänner, genau wie sie es wollen. Ich habe es nicht. Genau haar scharf, wie sie es wollen. Suchen Sie die Flüchtlinge einfach Österreich oder Deutschland, weil die Sozialleistungen besser sind. Das wollten sie ja genau. Sie wollen ja keine bewachten Flüchtlinge. Sie wollen ja keine Polizisten mit einer Pistole, die Flüchtlinge bewachen. Sie wollen keine Zäune. Sie wollen auch keine Asylzentren. Sie wollen keine Absylzentren. Nein, in Österreich, sondern in Ungarn. Also da dürfen Sie sich nicht beklagen, wenn die Asylwerber, die im Übrigen über Kroatien, über ein EU-Land nach Ungarn reinkommen, dann in Ungarn sagen, nein, da will ich nicht bleiben, weil ich kriege keinen Vorritt. Ja, und der Vogosch, den bekomme ich auch nicht gratis von meinen Orbern, also gehe ich nach Österreich, weil da kriege ich von einer Regierung einen Klimabonus als Asylwerber. Und in Deutschland komme ich zu Hartz IV. Dann braucht man es, nein, nicht so, dann braucht man sich nicht zu wundern, Herr Dr. Bonmänner, ganz einfach. Und da braucht man Ungarn auch im Übrigen keinen Vorwurf machen. Herr Dr. Bonmänner, ich finde es sowieso sehr spannend. Also Sie behaupten... Eigentlich hat der Sebastian das Schlusswort, aber du wirst dich gleich wieder verfolgen. Nein, er hat angefangen. Du wirst dich gleich wieder verfolgt. Er hat angefangen. So, bitte. So, ich finde es überhaupt sehr spannend, Herr Dr. Bonmänner, wie Sie nun nach mehr Polizei schreien. Immer schon. Ich habe ja auch diesen Fehler gemacht und habe einmal gesagt, immer mehr Polizei, noch mehr Polizei, noch mehr Polizei, noch mehr Polizei, noch mehr Polizei. Am Ende habe ich einen Riesenfehler gemacht in all meinen Forderungen, noch mehr Polizei, noch mehr Polizei, auch in meiner aktiven Zeit. Es war immer nur eine Symptombekämpfung. Es war immer nur eine Symptombekämpfung. Gehen wir zum Schluss. Wenn sich eine Gesellschaft so verändert, dass wir binnen 20 Jahren den vierfachen Polizeieinsatz brauchen, als vor 20 Jahren, viermal mehr Polizisten, weil die Kriminalität viermal mehr gestiegen ist und die Zuwanderungskriminalität bei 48 Prozent liegt, dann frage ich mich, wo die Ursache ist. Herr Dr. Bonmänner, aber ich verstehe es. Sie gehen nach dem Motto vor, wenn das Haus brennt, kaufen wir noch drei Feierlöscher dazu. Also du sagst, die ganze Polizei an die Grenze. Nur damit das Haus noch mehr brennt. Die Polizei soll an die Grenze. in Zukunft brauchen wir bei der Zuwanderung eine klare Kante, dann ersparen wir uns im Land viele Probleme. Dort soll die Polizei an das Bundesrat. So ist es. So, das war die dritte Runde. Es ist nicht ganz einfach heute, die Herren zu dirigieren. Okay. Aber ich bemühe mich. Na bitte, er diskutiert ja stundenlang ohne Unterbrechung. Du bist auch nicht einfach mit Fragen zu behandeln. Aber eine Runde haben wir trotzdem noch. Wir sind gleich wieder da. So, letzte Runde. Für heute. Gewalt haben wir diskutiert, Asyl, Nehammer, EU, Danke. Danke. Das Abgedankel in Salzburg. Ein Thema bleibt uns noch von dieser Woche. Corona ist wieder da. Die Protokolle des Robert-Koch-Instituts sind aufgetaucht und sagen, dass viel, was in der Corona-Zeit passiert ist, grottenschlecht und extrem falsch war. Das freut natürlich den Gerald Gross, der nicht mehr einzukriegen ist, weil er der Meinung ist, endlich ist bewiesen, dass das, was zu Corona-Zeiten passiert ist, a. rechtswidrig, b. idiotisch war. Richtig? Naja, es trinkt ans Tageslicht, was im Übrigen alle, die als Querdenker und Schwurbler beschimpften Menschen in dem Land, unter anderem, aber Millionen mit mir, die letzten Jahre, die letzten vier Jahre gesagt haben. Erster Punkt, dass die Entscheidungen nicht durch Experten getroffen worden sind, vor allem durch die Politik. und die Politik in Wahrheit die Experten als behübschende Inszenierung, als schlechte Ausrät sich gehalten hat, wie die Knechte, wo dann die Experten die Regierungspropaganda vertreten hat. Es beweist sich immer mehr, dass die Lockdowns im Übrigen mehr Schaden gebracht haben, wenn ich mir den Anstieg der psychosomatischen Erkrankungen verdreifachung seit zwei Jahren ansehe, als das Virus am Ende selbst. Und es zeigt sich, dass Maskenpflicht und wahrscheinlich auch die Impfpflicht, sogar ganz sicher, und der ganze Impfwahn, Freiheit gegen Impfung, am Ende der Maskenindustrie etwas gebracht hat, der Impfindustrie etwas gebracht hat, den Pharma-Lobbyisten gebracht hat, aber nicht den Menschen. Und es zeigt sich bei den RKI-Leaks in Deutschland eines, dass in Wahrheit die Politik die Maßnahmen bei den Experten bestellt hat und die Experten nicht die Politik beraten hat. Ich habe heute etwas mitgenommen, was insofern... RKI-Leaks, nur um das unseren Zuschauern zu erklären. RKI-Leaks vom Robert-Koch-Institut. Das heißt, das sind die an die Öffentlichkeit gespielten Protokolle des deutschen Robert-Koch-Instituts während der Pandemie. Ich habe da eine besonders nette Aufstellung im Übrigen. Und zwar sind es die Todesraten vom Statistischen Zentralamt Schweden, veröffentlicht am 4. März 2023, und zwar in den Jahren 2020 bis 2022. Schweden im Übrigen, ich darf es dir zeigen, Schweden, das keinerlei Maßnahmen getroffen hat, oder Todes, eine Sterberate von 4,4 Prozent. Nur zu deiner Information. Deutschland hat eine Sterberate hingegen von 8,6 Prozent. In ihrem Dauer-Lockdown. Und Österreich liegt gemeinsam mit Ungarn im Übrigen bei 9,9 Prozent. Mit einem Lockdown, mit einer Impfpflichtdiskussion, mit einer Maskenpflicht, mit kaputten Bildungschancen für die Jugendlichen etc. Entschuldigung, was wird einmal gezeigt, dass die Sterberate überhaupt nichts mit Corona zu tun hat, weil sonst wäre Österreich und Ungarn nicht gleich auf. Naja, genau so zeigt es sich. Ja, genau. Sondern, genau, so zeigt es sich. Völlig wertlos, was sie sagt. Völlig wertvoll in Wahrheit zeigt sich das, dass die Sterbestatistik 2020 bis 2022 im Vergleich Schweden zu Österreich und Ungarn zeigt, dass jenes Land, das keine Maßnahmen getroffen hat, kaum Tote hat und jenes Land, das Maßnahmen getroffen hat, Tote hat. Also kann es jetzt nicht an der laschen Corona-Politik der Schweden liegen, sondern wenn schon es einen Zusammenhang gibt, eher an den Lockdowns und an der Impfpflicht und dem Wahn, den es in Österreich gegeben hat. Super, darf ich jetzt? Also das war falsch. Was hier gemacht wurde, war falsch. Danke. Also ich habe mir auch angeschaut, was veröffentlicht wurde. Ich habe mir vor allem die mediale Rezeption angeschaut. Also ich habe mir angeschaut, was war der große Grund jetzt für die Aufregen von diesen RKI-Protokollen. Das sieht man, kann man nachlesen. Der große Aufreger ist die Zeit so Mitte März, als entschieden wurde, kurz vor dem ersten Lockdown in Deutschland, der am 22. März war. Da wurde nämlich nach Einschätzung des RKI quasi entschieden, man muss einen Lockdown machen, man muss hochskalieren und so weiter. Und dann habe ich mir angeschaut, wir waren eigentlich der Erste, der einen Lockdown in Österreich gefordert hat. Wissen Sie das? Herbert Kickl. Wissen Sie, was Herbert Kickl gesagt hat am 13. März? Also genau zu der Zeit, als das Robert-Koch-Institut intern gesagt hat, wir müssen zumachen, hat Herbert Kickl gesagt, der Zustand des Beschwichtigungs- und Schönredens sei viel zu lang gewesen. Er fordert einen Lockdown. Da, wo die Regierung gesagt hat, die österreichische Bundesregierung, wollte doch nichts vom Lockdown wissen, ist der Herbert Kickl rausgegangen und hat gesagt, der Kickl für Lockdown Österreichs. Da hat er Druck gemacht. Er hat wie der besseren Wissens, oder vielleicht hat er es besser gewusst, keine Ahnung, ich kann nur Mutmaßungen anstellen, er war der Erste, der mit der gesamten Medienmacht der FPÖ Druck auf die österreichische Regierung aufgebaut hat und gesagt hat, Lockdown, Lockdown, Lockdown. Wie erklären wir das, dass der Kickl der Erste war, der für den Lockdown war? Wie erklären wir das? Hat er recht, hat er vollkommen recht. Ich kann mich an diese Tage erinnern, an diesen Freitag, den 13. Hat er ja im Parlament heruntergetommen. Ja, und ich kann mich erinnern an den, glaube ich, Dienstag, den 16. oder 17. März, wie wir die erste Sendung gehabt haben, und du ihn und mich in das Nebenkammerl gebeten hast und gesagt hast, bitte schön, cool down, ist eine gefährliche Situation, wir wissen nicht, wohin es geht. Erinnere dich. Keiner wusste, wie sich die Pandemie entwickelt, keiner wusste, wenn wir zu retten haben oder nicht. Und auch in diesen Tagen habe ich gesagt, ganz einfach, es sind alle Maßnahmen zu treffen, wie zum Beispiel einem Lockdown, nämlich, solange wir nicht wissen, mit was wir es zu tun haben, ist das zu tun. Das Problem war, dass wir nach relativ rascher Zeit, nach zwei, drei Wochen wussten, mit was wir es zu tun haben, beziehungsweise die ersten Experten, Sprenger zum Beispiel in Österreich, viele andere haben sich zu Wort gemeldet, und haben gesagt, Freunde, den Lockdown sollten wir nicht dauerhaft vorbereiten, sondern wir sollten eher andere Maßnahmen treffen, als diese Repressalien, weil sie einen großen Schaden erleiden werden. Und genau diese, die dann in Wahrheit auf Stabilisierung gegangen sind, sind als Covidioten, als Kritiker, als Querdenker beschäftigt worden. Also Kikeljagd falsch. In den ersten Tagen lagen wir alle falsch, würde ich sagen. Kikeljagd falsch. Wir hatten alle Angst. Ich war nie für einen Lockdown. Ich, wir haben, nein, aber wir haben es in Wahrheit mitgetragen und in den ersten Tagen gar nicht einmal so laut kritisiert, weil man gesagt hat, wir wissen nicht, nein, in der ersten Sendung nicht, kann ich auch sagen, Entschuldige, ich habe ein Gedächtnis wie ein Elefant, glaubt mir das, in der ersten Sendung nach dem Lockdown waren wir alle sehr schamgebremst, weil wir nicht wussten, was es ist. Das Problem war, zwei, drei Wochen später haben wir gewusst, was es ist, und dann ist der Herr Dr. Bornmeiner, weil Sie es heute den Herrn Kikel in die Ziehung nehmen, der Herr Abgeordnete Kikel hat seine Meinung nach zwei, drei Wochen revidiert, wie ich auch, wie viele andere auch noch gesehen haben, das ist ja Irrsinn, aber wissen Sie, was mich so ärgert, Sie sind drei Jahre lang auf der Lockdown-Meinung geblieben und das verstehe ich witzigerweise nicht. Bitte. Warum warst du für einen Lockdown, warum warst du für einen Massen, warum warst du für den... Nein, stopp, die Flammenwerfer mehr, die können wir gerne zum 15 Mal aufnehmen. Tom, die Flammenwerfer bitte los. Nein, so, so, aber das ist so ein Scher. Inpflicht wollten Sie? Nein, es gibt immer noch... Ich habe gedacht, du lässt ihn ausreden. Ey, lass ihn. Seit dem Neuesten redest du ein dauernd du, aber er darf nicht ausreden. Der Schmo soll wieder weinen und wieder gehen. Ja, dann fangt er wieder weinen an. Genau. Ich will nach Hause gehen. Ich gehe nach Hause gehen. Ich will nach Hause gehen. Genau, ja, ich will nach Hause gehen. Mach den Fussi. Also bitte, warum warst du für einen Lockdown, warum warst du für Maskenpflicht, warum warst du für die Impfung? Also, als Herbert Kickl das gefordert hat, habe ich das unterstützt, weil ich auch gute Meinungen von Rechten unterstütze, weil ich mir damals... Es war aber Idiotie. Gehen wir auf Nummer sicher. Es war keine gute Meinung, es war ein Blödsinn. Mag sein, aber auch ich habe damals Angst gehabt, so wie Herbert Kickl offensichtlich. Und ich war der Meinung, gehen wir bitte auf Nummer sicher. Ich glaube immer noch nicht an Pferdeentwurmungsmittel und viele andere Tipps, die aus dem Eck gekommen sind, als Heilbringer und so weiter. Und habe über die Jahre mir angewöhnt, weil ich halt jemand bin, der auch aus der Wissenschaft kommt, auf die Wissenschaft zu hören. Warum warst du für einen Lockdown, als viele schon dagegen waren? Und warum bin ich jetzt dagegen? Vor allem, das ist nämlich vor allem interessant. Jetzt ist es wurscht. Nein, jetzt ist es überhaupt nicht wurscht, weil wir werden die nächste Pandemie auch noch erleben. Also, warum bin ich gegen einen Lockdown? Weil sich durch den Standort mein Standpunkt geändert hat. Seit ich im Waldviertel lebe, das sind jetzt bald zwei Jahre, weiß ich, dass ein bundesweiter Lockdown in einer Gemeinde mit 100 aktiven Menschen was anderes ist, als ein Lockdown, wo in einem Bus 100 Leute in 5 Minuten sind. Man muss differenzieren. Und ich glaube, das große Problem, und das nehmen die Österreicherinnen und Österreicher zu Recht dieser Bundesregierung übel, war, dass die Menschen sogar zu einem Zeitpunkt, wo es gar nicht mehr notwendig war, in einem Lockdown-Regime waren, das für die Wirtschaft katastrophal war und das vor allem für ganz viele soziale Beziehungen katastrophal war. Mir haben viele Menschen geschrieben, die gesagt haben, ich konnte soziale Beziehungen zum Beispiel zu meinen Angehörigen, den Älteren und so weiter nicht leben, weil ich in Hintertupfing, wo der Virus nicht einmal weiß, dass es gibt, dort auch im Lockdown geschickt wurde. Und da verstehe ich die Menschen, die angefressen sind. Und so hat sich meine Sichtweise auf das Ganze geändert. Aber man kann mir, genauso wie Herbert Kickl, bitte nicht übel nehmen und auch nicht dem Robert-Koch-Institut übrigens, dass im März 2020 alle nach dem Lockdown geschrien haben. Wissen Sie, was das Problem ist? Warum warst du am Schluss noch immer für den Lockdown? Nein, ich war so lange für den Lockdown, bis sich mein persönlicher Standpunkt geändert hat. Bist du ins Waldviertel gezogen? Bist du ins Waldviertel gezogen? Das ist ja Unsinn. Ja, aber schau mal. Sollten alle ins Waldviertel gezogen. Das Waldviertel ist wunderschön, aber ganz ehrlich, nein, aber es ist in mehr Realität. Ich sage eines schon dazu, das möchte ich schon sagen. Im achten Bezirk in Wien zu wohnen oder am Land zu wohnen, sind wirklich Welten. Also ich sage Ihnen, das sind wirklich Welten. Es waren aber überall gleich Herr Dr. Bornmänner, ich wohne mitten in der Stadt Graz und von Anfang an geht in den Lockdown. Es waren überall gleich im Wien. Aber es gibt den Unterschied, ob ich ein totales Begegnungsverbot im Waldviertel ausspricht oder im achten Bezirk. Es waren aber gleich infizierte Menschen. Ja, aber trotzdem ist es nicht notwendig. Hallo, es geht mir um etwas ganz was anderes. Herr Dr. Bornmänner, schauen Sie. Das Problem war, dass die RKI-Leaks vom Robert-Koch-Institut nicht nur diese Entscheidung von den Märztagen zum Inhalt hat, sondern alle Entscheidungsprotokolle der gesamten Pandemie sind bis zu 2023. Und das war jetzt ein wenig verwirrend für Sie, ein schönes Ablenkungsmanöver. Aber in Wahrheit zeigen diese ganzen Leaks, dass die Lockdowns gefährlicher wurden als das Virus selbst. Dass die Maskenpflicht nichts gebracht hat. Dass die Schulschließung ein Verbrechen war. Dass meistens Herr Spahn und Herr Lauterbach in Deutschland entschieden hat und nicht der Herr Weiler oder die RKI-Chefs. Dass politische Entscheidungen vom Krisenstab, des Herrn Söder und der Frau Merkel abhängig gemacht wurden und die sogenannten Experten bestellte und bezahlte Handaffen waren. Die dann erklären mussten, was die Politik gemacht hat. Und wissen Sie, was noch schlimmer ist? Herr Dr. Pannmänner, das tut ja mir für Sie sehr laut. Sie waren ja so Expertenhörig. Sie kommen jetzt drauf, das waren die Politiker. Die Experten waren nur die Handpuppen. Gut. Bitteschön. Bevor du noch 10 Minuten hier über die Mittelnacht hinaus Ich habe keine 3-Jahre gebraucht. Sie haben vom dritten Auge gewartet. Keine 3-Jahre. Mein Lieber. Aber wir können über den Anstieg der Krebserkrankungen reden. Drittes Auge. Wir können über den Anstieg der Krebserkrankungen reden. Schlussfrage. Wir haben nämlich jetzt tatsächlich eine Pandemie. Ich frage den Monat. Ich frage den Monat. Ich frage den Monat. Es wäre nett, wenn ich das auch mal dürfte, ohne dass er das Studio verlässt, wenn ich eine Frage stelle. Schlussfrage. Der für eine Schlussfrage. Der für eine Schlussfrage. Darf ich eine Schlussfrage? Ja, natürlich. Echt? Ja, ja, ja. Danke. Das ist richtig gemein. Was lernen wir aus dem RKI-Protokoll? Wir lernen aus dem RKI-Protokoll, dass das in Wahrheit eine Pandemie war, die keine Pandemie war. Wir lernen daraus, dass das ein reiner Probegalob war, sehr rasch, sehr schnell unter der Todesangst, die man den Leuten eingeimpft hat, das hat man wirklich, ihnen die Grundrechte zu entziehen. Ich bin tatsächlich erschrocken, wie viele Menschen sich in Europa, in diesen Ländern, Klammer auf, bis auf Schweden, Klammer zu, sich einfach ihre Grundrechte rauben ließen, nur weil sie der Politik glaubt haben, die wird uns das Leben retten. Und was lernen wir für die Zukunft daraus? Wir lernen für die Zukunft daraus, dass es wichtig ist, ich finde, dass in den ersten Tagen der Pandemie kein Fehler gemacht worden ist. Ich hätte gleich reagiert. Ich hätte auch am 13. März einen Lockdown gemacht. Nicht anders. Aber ich hätte dann noch sofort evaluiert und noch zwei, drei Wochen gesehen, hoppla, wir rennen in eine falsche Richtung, Kommando-Redur, Angst-Redur, Alarmstufe herunter. Gut. Du hast schon angedeutet, wir lernen, oder du lernst für die Zukunft, dass du deine Position um 180 Grad geändert hast und jetzt keinen Lockdown mehr fordern wirst. Komm, ey, was wolle. Ja, außer es ist irgendwie eine Tuberkulose-Infektionswelle. Logisch, aber angenommen, jetzt kommt die nächste Corona-Welle, na, sicher nicht. Würdest du keinen Lockdown mehr fordern? Nein, und vor allem, warum? Ich glaube, gerade die Kinder, man darf sie jetzt wirklich nicht unterschätzen, sie haben es Verbrechen genannt, es ist, ich weiß nicht, was Verbrechen ist, aber es ist moralisch wirklich verwerflich. Ich habe Glück, dass meine Kinder, der Zweite noch nicht geboren war, der Erste im Kindergartenalter war und nicht in der Volksschule oder später, aber das war wirklich eine katastrophale Zeit und ich glaube, im Nachhinein mit dem Wissen und den Erfahrungen, die wir gemacht haben, sollten wir auch unsere Entscheidungen von damals kritisch sehen. Ich bin immer noch für einen Corona-Untersuchungsausschuss. Aber du sagst, ja, kommt jetzt eine nächste Corona-Welle, dann müssen wir aus den RKI-Protokollen lernen, dass wir keinen Lockdown mehr haben wollen. Ja, und wir sollten bitte die Kinder weiter in die Schule lassen, wir sollten die Älteren weiter besuchen werden lassen, wir sollten die Wirtschaft offen lassen. Gut, das war es für heute. Lehrreich, frech, der wollte nach Hause gehen, ist Gott sei Dank geblieben, der hat uns wie immer spannende Analysen geliefert, der hat gesagt, der Babler wird weg sein, na, das merken wir uns, das schreiben wir her, du hast hier behauptet heute, du garantierst, du garantierst, dass am 10. Juni der Herr Babler weg ist, du hast gesagt, du garantierst, dass der Nehammer zu neuen lichten Höhen aufsteigen wird, so, lassen wir uns überraschen von unseren beiden Insidern, in einer Woche sind sie wieder da, hoffentlich so gut gelandt wie heute, bis der frohe Ostern. Wir haben gelernt, wir dürfen nicht mehr unterbrechen, der muss 10 Minuten ununterbrochen reden, er redet sowieso 10 Minuten ununterbrochen, also das nächste Mal dürfen sie sich auf eine Marathonsendung gefasst machen. In dem Sinn, jetzt frohe Ostern, lassen Sie sich von diversen Händlern diese Ostern nicht verderben, sondern ganz im Gegenteil, genießen Sie den Osterhasen. In dem Sinn, wer da wohl als Osterhase gemeint war. In diesem Sinn, frohe Ostern in den Kontenmacht.